Halli, hallo, hallöle, ähm, wir starten jetzt rein, in dat gute alte Satisfactory, ok, davon kann ich welche brauchen, das ist schon gut, das können wir das schon, das können wir das schon, ja, das passt eigentlich, das können wir auch löschen, das ist ein Lagercontainer, den können wir löschen und dann reisen wir eben zu unserem anderen Gebiet, ja, müsste eigentlich passen und platzieren da mal eben die ganzen, äh, wie heißt das gleich noch, äh, Lagercontainer und dann werden wir heute, äh, Quartz Oszillatoren bauen, aber ich glaube das dürfte ganz gut sein, die werden wir ungefähr hier hin bauen, mal gucken, wir brauchen auch noch Gummikopfer und Catherium und vielleicht können wir auch einfach Kupfer hätten wir noch hier und dann einfach nur Catherium holen ups und dann ist es ein bisschen voll hier alles, ne Oh, eine Merkosphäre zu wenig. Moin. Ups. Ups. Warte eben. So. Na überleben. Überlebend gesichert. Das Wild im Großstadtdschungel entlegt. Na ja, ich wohne hier eher auf dem Dorb als im Dschungel. Ne, aber ja, so kann ich erfolgreich berichten. Ich habe alles bekommen, was ich wollte und dann habe ich mich noch eigentlich nur kurz hingelegt, weil ich eigentlich nur eben die Augen zu machen wollte. Und schon ist ziemlich viel Zeit vergangen. Oh, wir holen uns das Katerium mit Wasser hier hin und holen uns dann das Kristall hier raus. Ja, das werden wir so machen. Aber jetzt brauchen wir noch eine für die Platten. Und bei dir auch alles gut überlebt? So einkaufmäßig oder... Oh Gott. Was auch immer du vorhattest. So. 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 Ah, morgen dann. Ok. Nice. Das hat ja keine 5 Minuten gehalten. Wieder ein Versuch, die Preise zu versauen, oh ja, aber dass so eine Standard-Praise nicht wirklich einfach komplett wegblockiert wird, vor allem sogar noch mit dem Link drin, als erste Nachricht. Oh, ich wohne noch, okay, ich wusste nicht, dass du dich verkaufst. Ja, ich wusste nicht, dass du sie verkaufst. Ja, ich wusste nicht, dass du dich 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 verkaufst. Ja ... ... ... ... ... warte mal ab bis die rechnung da ist ich werde den kaffee bezahlt kauf schon mal eine plantage meinst du ein reich für dich oder muss man da doch mit mehr rechnen warte mal ab bis die rechnung schlafen 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 so und sauber so naja um den jahreszeitlichen ausgleich zu schaffen am billigsten werden äquator näher so viel willst du wirklich haben wir sind ein bisschen fertig so 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 was wollte ich jetzt so ich muss einmal zu unserem launch die eisenplan einspielen so 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 und hier kommt auch noch einer hin so 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 hier das Gummi holen ja weil hier gibt es ja keine Ölquille ne so 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 wow so 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 okay man könnte von da oben gucken wir erstmal dahin ob da das kriterium ist weil da hinten müsste das kopf da ist das kupfer so 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 okay Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, dann holen wir uns erstmal die Quarz-Oszillatoren. Und dann machen wir die Super-Komchute. Ich weiß nicht, was... ...manie schon geplant hat. Und dann machen wir die Quarz-Oszillatoren. Und dann machen wir die Quarz-Oszillatoren. Und dann können wir auch einen Zug bauen. Und dann machen wir die Quarz-Oszillatoren. Und dann da hoch. Und dann fährt er einfach wieder zurück. Ich wusste natürlich vorher gerne, was für eine Fabrik man hier geplant hat. Dann könnte ich entscheiden, ob ich das überhaupt hier alles mache oder es einfach lasse. Und dann machen wir die Quarz-Oszillatoren. So, Produktion meiner. Und dann gehen wir die Quarz-Oszillatoren. Und dann gehen wir die Quarz-Oszillatoren. So, look a sec. 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 stiller Zuschauer. Ne, Material. 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 So, und dann nehmen wir hier diese... Ne, nicht die, nehmen wir die. Und noch ein bisschen mehr. Und dann nehmen wir hier... Und dann nehmen wir hier... Okay, das sollte... Macht ihr da viel Spaß bei... Und entspann dich ordentlich und... Danke fürs dabei sein. Und dann nehmen wir hier... Und dann nehmen wir hier... Und dann nehmen wir hier... Ach genau, ich wollte Munition holen. Also nicht nur für die Waffe... Also nicht nur für die Waffe, sondern auch für... Also für weitere Nobelisten, denke ich mal. Und dann kommen wir hier... Ich bin mal... Ich bin mal... Und ich bin mal... Ich bin mal... Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, verdammt. Okay, das kann auch weg. Wir müssen hier ein wenig höher gehen. Ich muss hier aber noch mal ein Stück höher. Okay, aber eher hier. Ja. 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 So, reine Alubarren, nice, also das hilft dir echt ungemein weiter, würde ich sagen. So, reine Alubarren, nice. 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 Ja, da brauchst du richtig schön viel Wasser für und so weiter, aber ich finde, diese Rezepte bringen richtig was. Ja, da brauchst du richtig was. Okay, also ich will das hier ein bisschen zwischen gebunkert haben, deswegen würde ich das gerne alles gleich bauen. Ja, da brauchst du richtig was. Ja, da brauchst du richtig was. Ja, da brauchst du richtig was. So, welche Rampe ist denn das? Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, das habe ich völlig vergessen. Ich hoffe, diesen Tag sind dir die Götter heult und der Reiseverkehr hält sich in Grenzen und sich zurück. Dass du da keine Probleme hast mit diesen nervigen Leuten auf der Autobahn, die dann ganze Autobahnen sperren. Die Staunachrichten vorhin hatten ausgedrückt via Katalogform. Oh Gott, das ist ja immer richtiger Fuck. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass es vielleicht doch irgendwie nicht ganz so schlimm sein wird. Okay. 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 Gott, hier haben wir eine Kressin. Straße zu schmal, das wird automatisiert, nie klappen. Ja, ich habe ja Zeit zum Testen, würde ich sagen. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen... Ich teste das jetzt einfach mal. Dankeschön wünsche ich dir auch. Und bis später. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. So, und da ich noch nie mit EKWs gearbeitet habe, wird das echt interessant. Hallo. Ich war... doch, jetzt hi. Hi. Ah, puh, ich dachte schon, das funktioniert schon wieder nicht. Na ja, du bist eben gerade erst gejoint, also... Nein, ich war schon vorher drin, ich habe geredet, aber es kam kein grünes Zeichen von Discord und da kriege ich immer sofort... Da kribbelt es bei mir immer sofort. Okay, ich hatte jetzt eben gerade erst die Benachrichtigung, dass du in den Raum reingekommen bist. Ah, cool, cool. Okay. Ja. Äh, was für eine Fabrik wolltest du eigentlich bauen? Äh, Kupferblech, Draht und Kabel. Okay. Warum? Ähm. Du brauchst aber keine Quarz-Oszillatoren-Fabrik, oder? Nope. Okay. Quarz-Oszillatoren brauche ich hinterher nur für die Computer. Aber da brauche ich die isolierten. Also, nein, eigentlich ist es egal, weil es die gleichen sind, aber... Ist nur ein anderes Rezept. Okay. Weil... Wir wollen ja auch noch Supercomputer bauen. Ja. Und das Rezept dafür ist an sich sehr einfach. Ja. Äh, Funksteuereinheiten und Kühlsysteme. Oh ja, das geht ja echt. Und Computer normal, oder? Äh, nee, für Supercomputer nicht. Okay. Ja, und das ist irgendwie so ein total easy Rezept. Kühlsysteme haben wir schon. Und ja. Ja, ich habe eben im Singleplayer ein bisschen rumprobiert und, äh, habe geguckt, wie groß die Plattform sein muss, damit, ähm, das hier so passt, wie ich das, also mit den ganzen Raffinerien und alles, das muss ziemlich groß werden. Ich brauche 21x21 Felder. Und das willst du dann nicht über mehrere Stockwerke? Doch, doch, doch. Das ist nur für die ersten 40, ähm, Raffinerien. Oh Gott. Genau, deswegen, äh, ja. Also, äh, ja. So, das sind jetzt 10. Hm. Hm? Hm. Das hört sich nicht gut an. Hm. Klär mich auf. Äh, ach nee, alles gut. So schlimm also. Nee, nee, passt schon, passt schon. Hier gehen nur Förderbänder über den Fluss. Ja. Die, die ich nicht bedacht habe. Die. Oh Gott. Moment. Oh Gott, wird das riesig. Hm. Du geisteskranke. Was? Ja. Also bitte. Oh Scheiße. Was ist los? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Also so prinzipiell passt die Plattform dahin. Im Singleplayer habe ich es auch hingekriegt. Ach, du hast die schon einmal im Singleplayer vorgebaut? Ja, ich musste gucken, wie groß die, wie groß ich die Plattform brauche. Achso. Und, äh, bevor ich das jetzt hier im Stream 50 Triaden mal ausprobieren muss, Hm. Ähm, hatte ich das einmal schon im Singleplayer gemacht. Okay. Alter Schwede. Oh ja, die Dinger sind lustig. Oh Scheiße. Ich glaube, die Strecke war zu schmal. Ich glaube, ich muss sie breiter bauen. Warte, ne Kacke. Wunderbar. Das passt von der Länge her. Jetzt nur noch zehn Plattformen in die Richtung. So brauchst du einfach so eine Gigafactory. Ja, so fühlt es sich an. Ich habe auch das Gefühl, dass sie vollkommen übertrieben ist und wir die Anzahl an Sachen, die wir da produzieren, überhaupt niemals nie brauchen werden. Aber, äh, von hier aus werden dann bitte alle Kupferteile verschifft. Äh, ja. Weil, die müssen wir definitiv nirgendswo mehr irgendwie herstellen. Hm. Ich meine, mit 600 die Minute und, ich meine, guck dir die Grundfläche an, überleg dir, was ich für ein riesen Lager oben drauf kriege für drei Items, drei verschiedene. Hm. Ja, das wird, ähm, mein Ziel heute sein, zumindestens die teilweise in Betrieb zu nehmen. Das ist mega. Da ist halt nur die Frage, ne, ähm, willst du das per Drohne anschließen oder? Lol. Man merkt wieder, dass du online bist. Was, warum? Weil kein Beton mehr da ist, oder was? Ja, ja. Ja, ich, ich geh mir mal eben neu einholen. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung, was denkst du, was sinnvoller ist? Äh, wahrscheinlich mit Drohnen. Das glaube ich auch. Oder, ähm, da da straight up die Zugverbindung in der Nähe ist, äh, könnte man auch da einen Zug hinfahren lassen. Also, dass du da einen Bahnhof machst mit drei Aufnahmestationen. Hm. Dann könnte man, oh, fuck. Dann könnte man da später, ähm, den Dingstens anschließen. Ja. Ja, ähm, ich denke, hinten zu meiner Computerfabrik ist es sinnvoller, das per Drohne zu machen, einfach weil die so weit oben ist. Mhm. Hinterher. Ähm, aber zu anderen Fabriken, wo wir das vielleicht brauchen, die man gut mit dem Zug irgendwo erreichen kann, ähm, wie zum Beispiel, wenn wir den Zug in die Wüste fahren lassen und da eine Fabrik hinbauen, da, äh, könnte ich mir das dann wirklich vorstellen, dass das per Zug effizienter ist. Dass man gegebenenfalls beides macht. Ja. Definitiv. Aber sämtliche Strahlprodukte sind jetzt schon fertig. Ach, Stahl, ich hab Strahlprodukte verstanden. Ja. Ja, die Strahlprodukte sind auch für dich. Wir sind so schön verstrahlt. Ja, okay. Kennst du das Lied nicht? Äh, doch. Ja. Ja, ich hab das Lied nicht. Oh. Okay, ich ziehe mir hier oben jetzt mal eben einen Strommast hin, damit ich zumindestens fliegen kann. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ups. So. Also ein LKW tuckert hier schon auf Batterie Power durch die Gegend. Ups. Ja, das ist ziemlich lustig. Oh. Da hat er ein bisschen zu viel Gas gegeben. Ups. Zix. Kruzifix. Kruzifix. Alter. Entschuldigung. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe nichts kaputt gemacht. Mhm. Wirklich nicht. Zwei. Zwei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So. Wo ist jetzt das blöde Kriterium? Zehn. Fünf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, der Fuß ist da so ungefähr an der Mitte dran und hier ist er das ebenfalls ein Traum. Er hat was vergessen? Achso. Mit dem Kommand Multi könnt ihr auch bei Mani zugucken. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herzlichen Glückwunsch, Sie können zählen. Dankeschön. Weiß, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht so eine Megafabrik eigentlich sinnvoller wäre? Wie meinst du Megafabrik? Achso, du holst alle Ressourcen ran und produzierst dann an einem Standort alle Ressourcen. Ne, find ich doof. Ja, ich an sich auch, nur wenn du jetzt die schweren modularen Rahmen haben möchtest, ne? Mhm. Musst du dich erstmal mit einem Katapult durch die Gegend schießen. Naja, im Endeffekt würde es sinnvoll sein, wenn wir irgendwann dazu übergehen, dass wir eine, ein Zentrallager bauen. Mhm. Ein nicht zu knappes, meine ich. So, das passt hier auch wieder. Was man dann vielleicht in so Lagerblöcke unterteilen kann. Also Block A ist für, keine Ahnung, Barren. Block B ist für diese Grundmaterialien, die du jetzt in deiner einen Fabrik, die du noch gebaut hast, herstellst. Block C ist dann für die nächste Stufe und so weiter und so fort. Ja. Wäre an sich auch eine sehr gute Idee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ein Traum. So. 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 Hallo Steny und danke für den Follow. Ich sehe, du hast den Blurb gefunden. Hallo Steny. Das war die schlimmste Entscheidung, dieses Hallo damit. Steny, wie auch immer. Ja, ich glaube auch. Zum Glück habe ich eingeschaltet, dass man den nur einmal pro Stream einsetzen kann. Alle? Nein, Einzelperson. Ich hätte schwören können, dass das im Singleplayer aufging. Ein ungeudiger im Haupt des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Danke für den Follow, TS Warfare. Hallo, lots of you. Ist der Stromverbrauch wirklich pro Stunde oder eher ein Minutentakt? Der Stromverbrauch ist pro Minute angegeben. Nee, konstant. Wie konstant? Der Stromverbrauch ist konstant. Ach so. Ja. Die Produktion meine ich. Also, wie viel Megawatt der... Nein, warte mal. Ist nicht pro Minute. Du kannst nicht einfach eine Zeiteinheit hinter Megawatt hängen. Das müsste man umrechnen. Nee, das ist keine Zeiteinheit. Da ist keine Zeiteinheit, genau. Genau, das ist einfach... Wir produzieren 25 Gigawatt und verbrauchen 10 konstant. Deswegen fluktuiert das auch die ganze Zeit. Das kannst du bei Batterien machen, die eine Speichereinheit haben. Da kannst du sagen, okay, wir haben... ...x Batterien, die x halten. Also... ...können wir ohne Strom... ...Summe x durchhalten. Apropos ohne Strom. Ähm... Mani. Die Förderbänder und Lifte haben diese nette Eigenschaft, dass man sie an Gegenstände festmachen kann. Ja. Wenn man eine Stromproduktion hat, die auf Awesome Sings angewiesen ist, sollte man auch die Awesome Sings anschließen. Ja, die Awesome Sings habe ich angeschlossen. Die habe ich angeschlossen. Ja, die Awesome Sings war angeschlossen. Da magst du recht haben. Ja. Aber der Lift nicht. Welcher Lift? Äh, von Plastik und von Gummi. Hä? Der Lift. Der Lift. Die brauchen keinen Strom. Nee, aber die war nicht mit dem, äh... Combiner verbunden. Ehrlich? Ja. Ach, traurig. So. Steny. Sorry, wurde geradewegs geforst, den zu verändern. Ey, alles gut, dafür ist er da. Deswegen ist er auch nur einmalig da. Pro Stream. Pro Stream, pro Person. So nett war ich noch, aber... Das Wort mal ein wenig abused. Von wem? Weiß ich gerade nicht. Doch nicht von Zuschauern, oder? Nee, der doch nicht. Dir setzt du ein Kinochrome nicht ein, du. Ja, stimmt auch wieder. Wie hieß nochmal der Bot, der das mit diesen Sounds auch kann? Das ging doch auch ohne, dass man Affiliate ist. Irgendwas war da. Ich hab Blurb. Ja, ach so, ja, wow. Ein, ein, ein dumm ist Fug manchmal. Ja. Äh. Dem kann ich voll und ganz zustimmen, diese, äh... Erkenntnis unterstütze ich, äh, in vollen Ausmaßen. Bild, Mann. Äh, ich hab zur Überbrückung das neue Kraftwerk gebaut. Ähm, habe momentan knapp 13 Gigawatt Speicher. Nur wie lange hält das, damit meine Produktion weiterläuft? Ähm, drei Satz. Uns fehlen kritische Informationen. Weißt du, was mir auch fehlt? Äh, keine Ahnung. Was zu trinken. Nein, das hab ich tatsächlich. Ich wollt grad fragen, hast du dir was zu trinken hingestellt? Ja, ich hab mir was zu trinken hingestellt, weil ich weiß, dass das nicht gut ist, wenn ich in Satisfactory nichts zu trinken daneben stehen habe, weil das, äh, dann vergesse ich das halt einfach komplett. Ich dachte mir, dass das vielleicht keine so wahnsinnig super Idee ist. Oh ne, bitte sag nicht. Ich hab dir jetzt alle einen so weit nach vorne gebaut. Hm. 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 Muss ich die schon wieder weg machen? Ein Inventar ist voll. Hm. Äh, Logistik. Oh Gott. Falsche Platte. So müssen die nämlich, ach shoot. Heißt, jetzt hab ich 40 Raffinerien gebaut und kann alle 40 wieder abreißen. Hm. Intelligenz-Bolzen. Hm. Ich weiß. So. Und sonst, wie war der Arbeitstag? Auch ganz entspannt eigentlich. Oh, das ist so schön. Ja, wir haben jetzt jeden Freitag, äh, von unseren Abteilungsleitern eingestellt bekommen, dass wir uns nur mit dem Testen des neuen Programms, was bis zum Ende des Jahres laufen soll, beschäftigen. Hm. Also, ich bin bei sowas wirklich nicht pessimistisch oder so, aber das wird sportlich. Ist das neue Programm kacke oder hält es sich in Grenzen? Ähm, das ist tatsächlich gut, wenn's irgendwann mal richtig läuft. Weil jetzt gerade ist es, ähm, ähm, das kann sehr viel, man kann sehr viel individuell auf einen anpassen, aber dadurch funktioniert halt auch vieles noch nicht so, wie es sollte. Ja, okay, aber das ist ganz normal. Ja, ja. Äh, Sekunde. Okay. Also, wir bauen. Wir bauen jetzt hier, stopp, eine Plattform, damit der hier, damit wir hier so im Kreis fahren können. So, und deswegen wollen wir jetzt einen neuen LKW. Den bauen wir aber am besten irgendwie hier hin. So, und der kriegt direkt Batterien von mir. Habe ich keine Batterien? Doch, ich hab noch Batterien. Gott sei Dank. So, Aufnahme starten. Okay. Okay. Jetzt müssen wir noch ein erweitern. Sau, da bin ich wieder. Oh, okay. Hä? Warum ist das denn jetzt so? Jetzt sind hier ja nur drei frei. Warum ist das so? Hä? Keine Ahnung. So. Warte mal, das hat doch eins, zwei, drei, vier und ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz in den Single-Player gehen. Was? Was? Katerio. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie ich das da gebaut habe. Okay. Show. Oh Gott. Okay. So. Vier und ein bisschen. Oh, Moment, habe ich das? Ist das vielleicht 22 Breit? Aber hier ist ja auch, hier ändert das ja auch ganz anders. Wollen wir einen Moment. Nee, es sind schon 21. Wieso hast du die denn so gebaut? Oder kommt in die Mitte noch was? Ach so, ja, in die Mitte wollte ich das bedampfte Kupferblech machen. Okay, voll. Da kommen nochmal 30, naja, nicht ganz 30 hin. Vier und ein bisschen. Oder habe ich eins zu viel gebaut? Ich glaube, ich habe eins zu viel gebaut. Ich glaube, da war der Fehler. Sonst pack dir doch einfach die Anzahl der Raffinerien als Rezept rein. Dann hast du ja, wie viele du noch bauen musst. Spiel bitte. Spiel bitte. Ich lieb's. Das ist doch schön. Mhm. Oh, Mann. Mein Spiel hat extrem Probleme damit, den Server zu erkennen. Okay, das liegt jetzt aber nicht an... Nein, das liegt an meinem Spiel. Okay. Deine, äh, dein Sound war auch gerade. Nice. Mhm. So. 405 Stunden läuft der Server schon. Jo. Mit ein paar Updates zwischendurch und, und, und. Ja. Cool. Spä schon. Was? 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 Arterium. So. Cool. So, hier ist vier und ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, da war der Fehler. Oh, wow. Hä? Was? Wow. Alter, da hab ich mich ja sogar verjagt. Was? Der, äh, äh, der, äh, LKW ist rückwärts gefahren und dann, äh, keine Ahnung, der hat ne, ein Jump gemacht und ist so gesehen direkt durch mein Gesicht geflogen. So in, ne halben Sekunde. Einmal ne, Gesichtsgrätsche vollzogen. Ja, ja. Das war so ein Zusammenzucker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Okay. Ja. Okay. ich wie das geht aber bei den blueprints wo der ordner dafür liegt das kann ich leider nicht sagen die leise auch dieses Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Deine Fabrik sieht immer wieder völlig übertrieben aus Was? Was? Du denkst einfach zu klein oder wie war das? Ich glaube eher weniger So, zwei So, ich glaube ganz gerade werde ich es nicht hinkriegen So, ich glaube ganz gerade So, das ist auf jeden Fall gerade jetzt So, ich glaube ganz gerade Hast du die Verkabelungsebene 1 oder 2 hoch? Ich habe meine immer 2 hoch gemacht Gerade wegen den Rohren, wenn du nur Förderbänder hast, ist das nicht so schlimm Aber bei Rohren brauchst du definitiv 2, ansonsten passt es mit den ganzen Kreuzungen nicht Äh, ja You did read my mind So, ich habe die Verkabelungsebene 2, ansonsten put stepping around eine Katerium-Dreikopfer eine Katerium-Dreikopfer so, jetzt gibt es überall noch Förderbänder dazwischen das ist, achso, Moment das ist halt schwierig wenn man schon so viel weiter ist alles gut, ich muss gerade viel rechnen ich weiß gar nicht, so viele Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht das hast du alles gemacht, oder? was? mit dem Rechnen und so ich habe nicht einmal gerechnet, glaube ich ne, ich habe eigentlich auch nicht gerechnet ich habe dann eher nur so geguckt, was ähm äh wie heißt das gleich noch äh wenn ich 600 oder 1300 Wasser brauche wie kann ich denn das aufteilen, so dass es gleichmäßig überall ankommt achso sowas habe ich gemacht mhm aber jetzt nicht unbedingt äh, sonst nutzen wir ja ganz viel den Kalkulator da ist ja fertig gerechnet ja, Gott sei Dank ich glaube, wenn ich das alles im Kopf rechnen müsste, dann wäre ich auch das wäre nicht so gut ja, oder per Ex-Soliste ja, aber auch da, das wäre viel zu viel Tipperei äh, jo aber du rechnest gerade wahrscheinlich viel wegen dem Strom, oder? ja ja natürlich ja 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 Zwischendurch ist Satis echt ein Krampf. Ach was. Passt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf das schmale Brett kommst, also ehrlich. Nee, ich mein, äh, das mit den Pipes ist zwischendurch, ne? Ja. Ja. Oh, wie geil ist das denn? Wenn du die Pipes schon vorher gesetzt hast, ähm, oh Gott, äh, kannst du mit Steuerung die Wasserpumpe direkt ausrichten. Ach cool. Dachte ich mir auch grad so, hm. Ja, Sekunde. Ach, Jiki muss jetzt zu Feuer werden. Die hat wieder einen Leergang. Oh mein Gott. Richte ihr mein Beileid aus, außer sie hat Spaß, dann kriegt sie kein Beileid. Sie hat Spaß. Okay, dann kriegt sie kein Beileid. Dann, äh, äh, viel Spaß. Und wenn sie doch keinen Spaß hatte, dann darfst du gerne Beileid ausrichten. Oh, wow. So. Phase 5, ich komme, noch 11 Items. Peanut ist auf dem Vormarsch. Ich merke das schon. Okay. Oh mein Gott, das wird so kacke. Danke für den Follow Corby und willkommen im Rudel. Schön, dass du dabei bist. Hallo Corby. Soll ich dir mal was sagen? Hau raus. Mir fehlt nur noch ein Follower und dann habe ich ein Ziel erreicht. Apropos. Aber Glückwunsch dazu. Danke. Mir auch. Wie viel hast du dann? 530? Ne, 220. Ach, mein ich. Sorry. Voll gut. Mit Saat, das läuft echt, ne? Äh, ja. Auf jeden. Überraschenderweise. Und ich weiß nicht warum. Also doch, zum Teil weiß ich warum, aber zum Teil weiß ich auch echt nicht warum. Also ich habe meiner Kollegin ein Video gezeigt, was du auf TikTok hochgeladen hast von uns. Und die meinte, du hast voll die angenehme Stimme. Ach, das freut mich. Dem ich so im Übrigen auch nur zustimmen kann. Ach, das sch... Oh, danke schön. Ah, gerne schön. Ah. Endlich hat es eine Einsatzfunktion. Okay. Was baut ihr? Ähm, ich baue gerade eine völlig übertriebene Kupferdrahtfläche. Blech- und Kabelfabrik, wo ich 600 Items pro Minute von jedem Teil herstelle hinterher. Äh, ja. Ich baue eine, äh, Quarzfabrik. Äh, was heißt Quarzfabrik? Also, ähm, eine Quarz-Oszillatorenfabrik. Wo vier Manufakturen drin verbaut sind. Und ich hoffe, das reicht. So. Behold. Oh, ich glaube, wenn das fertig ist, wird das richtig gut aussehen. Das ist jetzt der erste offizielle Einsatz. Oh, ich muss bei dir wieder hochscrollen. Alter! Oh. Ich kann aber den Notstrom abschalten. So. Ja. Dann kann man von hier aus die Fabrik überlegen. Ach ja, ähm. Ich hab wieder mal viel zu wenig geschlafen. Aber es hat Gründe. Wundert mich jetzt nur geringfügig, wenn ich ehrlich sein darf. Äh, ja. Ähm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir gestern einen Haufen Ideen ausgedacht hab, wie wir unser... Ähm. Wie heißt das gleich noch? Wie wir die Atomfabrik bauen können. Aber ja. Aber ja, genau das hast du getan. Oh, ja. Wir müssen nur einen Standort dafür finden. Und den einzigen Standort, den ich vielleicht ansatzweise gut finde, ist entweder drüben bei deiner Motorenfabrik, bei den Wasserfällen. Ja. Oder hier oben, wo die Bahnschiene schon lang geht. dass man den Bereich noch weiter ausbaut. Und dann, ähm, hat man einen Zug, der reinfährt und zum Beispiel Materialien liefert oder so. Mhm. Oder die, ähm, wie heißt das gleich noch? Die Brennstäbe. Ja. Und der andere Zug, also, die sind getrennt voneinander, die gehören nicht zum Hauptnetz. Und der andere Zug fährt raus und fährt zum Endlager. Und da machen wir dann die Verarbeitung. Idee finde ich ganz geil. Und das Schlimme ist, oder an sich das Gute, um ein Plutoniumstab die Minute herzustellen, ne? Mhm. Brauchen wir 20 AKWs. Bitte was? Ja. Ja, aber das ist dann dazu da, dass wir nicht so viel Nuclear Waste haben. Ja, okay. Na, das, äh... Ist dann auch schon mal was Gutes, sag ich jetzt mal. Mhm. Alter, was geht mit dir ab? Was geht mit dir ab? So, na. Ich habe eine Fabrik heute für AI-Limiter geplant, die soll 12.000 Megawatt verbrauchen, aber auch 380 pro Minute produzieren. Alter. Du hast echt einen Knall. Da fällt mir leider auch nichts anderes zu ein. Ich meine, das, was ich hier baue, ist auch vollkommen übertrieben, aber irgendwo werden wir bestimmt mal so viel Kupferblech oder so brauchen. Naja. Wenn wir sagen, dass das hier die zentrale Kupfer-Irgendwas-Produktion ist, müssen wir nachher gucken, ob wir dabei hinkommen. Aber, dass man von hier aus erstmal dann quasi alles verteilt. Also, benötigen tun wir es bestimmt irgendwann. Ja. Deswegen. Schaden tut's nett. Ist nur die Frage, ob wir die Aufteilung so lassen wollen. Ich meine, hinterher kann man immer noch umstellen, aber, äh, ob wir von allem 600 produzieren oder ob wir von irgendwas mehr brauchen, produzieren wollen und von irgendwas weniger. Naja. Naja, das Gute ist ja, ähm, warte. Oh. Naja, das Gute ist ja, wir können einfach ein neues Modul anschließen. Ja. Und dann da drin einfach abzweigen. Und wenn wir den Kram halt nicht verbrauchen, dann ist es via Overflow fertig. Ja. Dann wird's zumindest in seinen Schredderer gejagt. Äh. Ja, nicht unbedingt. Ähm. Man kann's ja vorher abzweigen lassen. Und wenn's nicht benötigt wird, wird's zu einem anderen Produkt, das meine ich damit. Achso, ja. Stimmt, das geht natürlich auch. Achso. Oh, was passiert? Nichts. Ich musste mir gerade nur ganz viel Mühe geben, nicht runterzufallen. Oh. Oh, diese Fabrik wird unnötigerweise so viel Strom verbrauchen. Allein die 67, äh, 68 Raffinerien, die ich, ne, 67 Raffinerien, die ich hier drin hab. Dann 40 Konstruktoren. Oder noch mehr, ich glaub auch 60. Das alles nur, weil ich ein paar Kupferbleche benötige. Ach. Aber gut, die beiden, die wir dann oben haben, die beiden Kupferadern, die verwenden wir dann wirklich für den, äh, für das Ding, was wir in den Weltraumlift jagen. Jaja, aber das müssen wir halt auch nur einmalig machen. Ja. So, Eingänge, zu viele Kriterien da, Kupferwaren. Aber bis wir das da so weit haben, dass wir das wirklich herstellen können, wird's wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja. Weil ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich find die Dinger ein bisschen aufwendig, diese Nuclear Paste. Hä? Nuclear Paste ist total easy. Hast du dir den Produktionsbaum angesehen? Der braucht 1200 Kupferwaren pro Minute. Ja, ja, das ist das Einfachste da dran. So, moin Krähenhafen. Hallo Krähenhafen. Oh Gott. Aber auch pro Minute hat Manni das geschickt mit den AI-Limitern. Dann kann man sich das mit den Kupfern mal reinziehen. Moin. Was macht man mit den 380 AI-Limitern? Ich hab null idea. hier. KI-Begrenzer. Ah, die kann man für Supercomputer verwenden. Oder für die Awesome Thing. Okay. Why did I ask? Äh, zwei Ausrufezeichen bei deinen Fahrzeugen. Oh nö. Sind die irgendwo ausge- äh, abgestürzt? Ich weiß es nicht. Funktionsfähig. 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 Kannst du mal die Fabriken zeigen? Aua, selbstverständlich. Äh, also das hier unten, das ist alles aktuell nur so dahingestellt und eigentlich noch gar nicht richtig fertig und woanders auch schon wieder neu gebaut. Ich bin grad zu blöd, hier drauf zu landen. Genau, das Ding hier ist noch im Bau. Ähm, das hier ist unsere alte Stahlproduktion. Ähm, wo dann hier hinten die 3 Stahlprodukte gelagert werden. Einmal die Stahlbetonbarren, äh, die Stahlbetonträger, so. Äh, die Stahlrohre und die Stahlträger. Genau das hier ist nur die Betonproduktion zu den Stahlbetonträgern. Ähm, dann kommt hier eine Fabrik, die, äh, Quarzkristalle herstellt und, was wird hier noch hergestellt? Nur Quarzkristalle? Ne, Quarzsand wird auch hergestellt, genau. Äh, endlich geht man auch hier oben, dann kann man es sehen. Genau, das, das wird hier auf der Ebene hergestellt. Hier sind diese, äh, Sem-Dinger, die man aus diesem, äh, Sem-Or herstellen kann, Seite 1.0. Das wird, ähm, hier gemacht. Äh, die kommen dann hier unten in die Lager rein. Ähm, die, der Quarzsand und die Quarzkristalle kommen, glaube ich, ist das das? Ja, genau. Die kommen auch in, äh, dimensionale, in dimensionalen Depots, damit wir halt von überall drauf zugreifen können. Hier ist unsere Kohleproduktion, also unsere Kohleminer stehen hier für das Kohlekraftwerk auf der anderen Seite vom Fluss. Genau, das ist, ähm, so, so das kleine, ist das unser Notstromkraftwerk? Kann ich das so betiteln? Äh, ja und nein. Eigentlich ist, äh, Notstrom, ähm, die Batterien, die hinten dran stehen. Ah, okay. Ähm, da haben wir dann noch einen kleinen Bahnhof, der unser, äh, Kunststoff und alles hier anliefert von den anderen Fabriken, die ganz weit weg auf der Karte sind. Naja, also nicht ganz weit weg, aber schon ein Stückchen weiter weg. Genau, Kohlekraftwerk, dann geht's hier hoch und hier oben auf den Plattformen, das sind quasi unsere allerersten Fabriken gewesen, die haben wir gestartet. Es sieht schon ein ganzes Stückchen anders aus, als vorher. Oh ja, ich hab heute da erstmal die, äh, schweren Rahmen abgebaut. Oh ja, ich freu mich auch drauf, hier die nächsten Sachen wegzumachen, wie die Kupferplatten und die ganze Kupferproduktion da. Da freu ich mich schon drauf, einfach alles abzureißen. Ähm, genau, hier werden, ähm, Eisenstangen und Eisenplatten hergestellt. Einfach nur, damit man ein bisschen auf Lager hat. Ähm, wobei das hier wahrscheinlich auch bald wegkommen kann, weil du schon eine andere Fabrik dafür hast, richtig? Äh, für was? Für die Eisenstangen und Eisenplatten. Ja, ja, das kann weg. Okay, dann, äh, können wir das theoretisch, oh, ja, ich glaub, ich möchte das gerne gleich abreißen. Ähm. Das gleiche Zeta halt auch für die Motorenfabrik, ne? Für die Motorenfabrik. Hier ist keine Motor. Ach, Rotoren. Achso, du meinst das Ding, was ich hier qualvoll aufgebaut hab, was jetzt nicht mehr benötigt wird? Äh, ja. Oh, du bist so gemein, ich hab mir so viel Mühe gegeben und du, du... Ja, die Fabrik ist auch viel zu groß. Ja, ich weiß. Viel zu groß. Das hier können wir dann gleich auch alles abreißen. Ähm. Ach ja, ich glaube, ich mach heute so einen Aufräumstream hier. Das einzige, was du da auch noch machen kannst, ist, ähm, bei deiner Motorenfabrik nochmal Zwischenlager für Rotoren und Stratoren zu bauen. Und da nochmal, ähm, Dingenskirchen zu setzen. Sorry, ich hab ne Nachricht gelesen. Rotoren und Stratoren irgendwo hinbringen, um Dingenskirchen zu bauen. Ne, du setzt da Lager hin. Mhm. Als Zwischenpuffer. Mhm. Und baust dann, äh, diese DIM-Storage. Achso, dass die daraus quasi verbraucht werden dann. Äh, ja, und wir die auch, ähm, im Storage haben. Ja. Ja. Weil aktuell haben wir das ja nicht. Ja. Mach ich. Genau. Äh, genau. Eisenplatten und Eisenstangen. Achso, Moment, bin ich blind oder sehe ich es einfach nicht? Eine Pumpe bringt Wasser in 20 Meter Höhe. Wo sehe ich meine Höhe? Ähm, ich hab das so gemacht. Eine Wand ist vier Meter hoch. Heißt, fünf Wände sind 20 Meter. Ja. So hab ich das abgemessen. Es geht wahrscheinlich, man kann es wahrscheinlich irgendwo erkennen, aber ich weiß es nicht. Ähm. Also, du kannst auch eine Pumpe setzen und dann siehst du, ob die Pumpe das, äh, höhentechnisch schafft oder nicht, in der Pumpe selbst. Okay. Und dann setzt du einfach eine weitere. Mhm. Äh, hier ist aktuell noch unsere Kupferdraht, Kupferblech und Kupfer, äh, und Kabelproduktion. Das hier kommt dann alles weg, wenn meine Fabrik unten steht. Und dann werden wir das hier, die beiden, äh, reinen Kupfererzadern dafür brauchen, wenn wir diese Nuclear Paste herstellen wollen, wo wir über 1200 Kupferbachen pro Minute brauchen. Das wird noch ein bisschen, das wird bisschen dauern, glaube ich. Genau, das hier kommt ja gleich weg, deswegen zeige ich das jetzt mal nicht. Ähm, da oben werden gerade, boah, lass mich nicht lügen, was wird da alles hergestellt? Ähm, verstärkte Eisenplatten. Äh, was wird denn da oben noch hergestellt? Äh, wo? In meiner neuen Fabrik? Nein, in der alten. Ja, sonst nichts. Wo die verstärkten Eisenplatten auch runterkommen. Achso, äh, Schrauben. Achso, ja, okay. Ähm. Ah, endlich. Wo hast du denn deine Rotor-, äh, äh, die Rotorenfabrik aufgebaut? Madame. Wer von uns beiden hat eine Motorenfabrik gebaut? Rotoren? Ja. Ich hab eine Motorenfabrik gebaut. Magst du mal bitte einmal das Rezept für Motoren, die angucken? Hä, du hast doch gerade gesagt, dass du woanders auch noch so ein Ding aufgebaut hast. Na, du hast noch woanders ein Ding aufgebaut. Hä? Nein, da... Hä? Rotoren stell ich nur für Motoren her. Ja, ja, aber wenn die Motoren voll sind, dann... Stockt die Produktion? Ja, und man könnte da ein Lager hinbauen, um... Die Rotoren abzugreifen? Genau. Okay. Hahaha. Gut, so geht's natürlich auch. War zwar nicht geplant, aber okay. Ich dachte, das wäre halt das Einfachste von Welt. Achso, und dann, dann die hier quasi komplett abreißen. Dafür. Ja. Hätte ich jetzt gesagt, dann... Stimmt, die modularen Rahmen, die machst du woanders, ne? Ja, genau. Okay. Weil dann könnte man diese drei Reihenquellen nochmal vernünftig für irgendwas anderes einsetzen. Ja. Weil wir dann ja auch die MK3-Miner zum Beispiel draufsetzen können und alles neu bauen können mit den besseren Fließbändern. Ja. So, hier hinten kommt jetzt die Motorenfabrik. Wie ich... Keine Rotorenfabrik? Wie ich... Nein, Motoren. Mit M. M. Motoren. Okay. Äh... Genau. Ähm... Hier wird das Wasser gepumpt und hier wird alles verarbeitet. Und dann... Stimmt, da können wir die Starttore nämlich auch abgreifen. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha... Was denn? Hahahaha. Das ist genau das, was ich gesagt hatte. Hahahaha. Nein, du hast nur von den Rotoren gesprochen. Davor auch von den Strattoren. Dann hast du gesagt, ich hab grad eine Nachricht gelesen. Oh, okay. Dann hatte ich dir richtig zugehört. auf jeden fall werden hier aktuell motoren produziert und die rotoren und statoren greifen wir dann bald ab jetzt muss ich kurz gucken wo ich hin fliegen muss damit ich zu der verdichtete kohle produktion kommen obwohl die muss ich eigentlich nicht zeigen oder die hölle ich meine da fördern wir im prinzip nur schwefel und kohle und stellen verdichtete kohle damit her ja aber sie hat ich glaube nur diese produktion hat für die meisten kopfschmerzen im nachhinein gesorgt ja naja die produktion nicht aber der transport davon er hat aber dafür gesorgt dass wir jetzt eine relativ cool aussehen der batterienfabrik haben ja so dann fliegen wir mal hier hinten zu meinem prachtstück was ich wo ich wirklich ewigkeiten angebaut habe und der batterienfabrik die nicht ich gebaut habe genau das hier unten ist die batterienfabrik hier hat der kopf aufgebaut stream ist verlinkt wie viele batterien pro minute stellst du daher ich habe keine ahnung auf jeden fall werden hier batterien gefertigt dann das hier wird so ein überwachungsturm der ist aber noch nicht fertig da steht bis jetzt nur der alien verstärker drauf dann kommt jetzt das wo ich wahnsinnig viel zeit rein gesteckt habe und zwar die stromproduktion wir haben oben auf dem berg einen quellenkompressor stehen mit sechs snubs ist die rohöl fördern das rohöl wird hier unten in der fabrik ich fliege mal eben rüber damit man die ein bisschen besser sehen kann zu fuel und polymerharz verarbeitet da sieht man vorne die zahlen mit 900 fuel pro minute und 675 mehrharz genau das habe ich so ein bisschen auf zwei ebenen aufgeteilt auf der ersten wird ein bisschen was hergestellt und auf der zweiten der treibstoff der dann raus geht geht durch diese vier rohre hier die dann hier durch den boden quasi laufen durch diese platte und dann hier in die fabrik rein in der fabrik wird dann zusammen mit der verdichteten kohle von der wir gerade gesprochen haben turbo fuel hergestellt die rohre habe ich immer so ein bisschen farblich markiert je nachdem was halt drin ist hier hier so gelblich für das normale fuel und rot für das turbo fuel das wird hier in den 123 in den vier reihen hergestellt verkabelung unten war auch sehr lustig hat die verkabelung und die verrohrung hat mich am meisten nerven gekostet bin ich ganz ehrlich mit euch all die blauen rohre die hier außen an der fabrik sind die sind eigentlich nur deko das soll so keine ahnung belüftung darstellen dass das die quasi die warme luft oben rausziehen weil warme luft steigt ja auf deswegen sind hier gar nicht verbunden auf jeden fall sollen die die warme luft rausziehen hier sind sie verbunden und dann gehen die hier an der seite runter und gehen dann unten quasi in die fabrik rein dann haben wir da drüben ein kleines ein kleines zwischenlager von im turbo fuel mit ok die zeit stimmt nicht mehr sind keine 19.000 kubik weil das nicht so funktioniert und es wird auch nicht wirklich voll weil wir halt alles zu 100 prozent verbrauchen und zwar ich da komme ich nicht hoch und zwar hier hinten wo 100 treibstoffgeneratoren stehen ich glaube die fabrik müsste so um die 23 gigawatt machen oder 24 25 irgendwie so genau das hier wird quasi unser hauptstrom aktuell produziert weil wir noch keinen 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 atom keine atomkraft haben hier wurde mal nein hier werden gerade batterien angeliefert die unsere drohnen brauchen damit sie fliegen können was sehr 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 viel effizienter läuft als mit viel ich glaube man die 76 flug gebraucht ne 89 auch okay 89 pro flug unser größtes problem war wirklich dass sie nie fuel hatten und dann dementsprechend auch keine verdichtete kohle mehr für die turbo fuel produktion geliefert wurde wodurch unsere strom produktion nicht gut funktioniert hat nicht gut gar nicht ja das auch jetzt die drohen haben dann irgendwann aufgehört zu fliegen ja und dann ist dann halt die gesamtproduktion zusammengebrochen ja nachher und warum wir auch die ganzen fabriken neu bauen ist damit wir die wie es ist gleich noch diese prioritätsschalter mehr verwenden können oder mehr verwenden jetzt geht es noch einmal hier runter dann das ding ist deine fabriken kann ich nicht anständig zeigen weil ich nicht weiß wie die aufgebaut sind eigentlich ganz normal okay ich sehe auch gerade wo du dran bist warte hier war doch genau hier ist noch eine hyper tube mit der ich eben zur ölproduktion gehen kann fliegen fahren wie auch immer man das hier nennen möchte genau und ich bin für das transportwesen anscheinend irgendwie zuständig ja irgendwie schon deswegen sind das keine fünf kilometer lang rampen mehr ja diese nervige rampen welche die wo du rüber über den berg bist ja die auch viel zu lange gehalten hat so hier ist auch wieder ein bahnhof und hier wird gummi kunststoff treibstoff und schwer öl rückstände zu uns rüber geliefert und das alles wird quasi hier hinten warum hast du hier überhaupt eine wand mit natürlich gemacht wenn hier sowieso kein richtiges gebäude ist weil das der anfang war dann ich habe keine lust mehr okay genau hier sind die ganzen raffinerien die das zeug herstellen was zu uns geliefert wird und hier sind auch noch ein paar treibstoff generatoren für strom genau weil strom kann man halt einfach wirklich nie genug haben ja die machen auch wirklich nur treibstoff das ist halt der überschuss wir brauchten schwer öl rückstände ja ich kann mal eben theoretisch theoretisch ich habe jetzt unten so einen kleinen rand weil es nicht vollbild ist kann ich jetzt switchen und ihr seht das wunderbar das ist jetzt moment das ist die falsche karte ich muss mal eben die schicken runterladen die du mir noch geschickt hast so so und genau falls gefragt wird wir spielen zwar auf einem server aber der steht bei mir hier im netzwerk schrank und ja ist halt ein privatserver so also wir befinden uns jetzt gerade das bin ich 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 befinde mich gerade hierhin genau hier hier bin ich gerade und es lädt gerade sehr sehr langsam ja das liegt daran dass du am spielen bist ja aber du siehst da jetzt die pinke bahn oben oder ja da drüber wollte ich bauen da wo diese winkel ist da die atom produktion hinsetzen weil wir dann nach oben hin noch platz haben und sonst rechts unter dem wüstengebiet wenn es geladen hat irgendwann mal in ferner zukunft ja das ist hier die strom produktion die ich eben gezeigt habe was das hier hinten ich erkenne das sehr schwer das ist die aluminium fabrik ja stimmt ja also wir haben schon ein bisschen was gebaut ein kleines bisschen ganz kleines bisschen natürlich sind wir nach wie vor nicht so am durchdrehen wie andere ich glaube auch bis heute nicht dass das möglich ist dass wir so durchdrehen dafür haben wir zu wenig zeit ja das glaube ich auch und auch erfahrung ja ich meine man merkt schon den fortschritt den wir sowohl beim bauen als auch beim plan der fabriken gemacht haben seit beginn aber es gibt halt leute die einfach crazy sind ne peanut ich wollte ja und da entsteht gerade hallo pinert da entsteht gerade meine viel zu große und vollkommen übertreibend draht kupferblech und kabel produktion aber man kann niemals zu viel haben so ich glaube die verkabelung möchte ich auch von hier hinten wieder machen ich habe kein quads mehr kein quads quads quack ach hier ist er hu hu mr erdnuss er der treibt sich überall rum oh ich habe noch was rausgefunden das könnten wir jetzt eigentlich mal testen ja ich habe mal bei dir angeklopft kannst du das einmal annehmen in twitch direkt was passiert da keine ahnung die seite lädt bei mir bei mir auch so jetzt sind wir zusammen okay wait a moment bei mir passiert nichts das ist ja was passiert ja 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 okay ich habe jetzt ich habe in meinem chat geschrieben das heißt wenn ihr jetzt schreibt taucht das in beiden chats auf weil wir ja zusammen streamen oh voll geil oh je das war die ankündigung von vorgestern oh wie gut ist das denn warte mal ist das bei mir jetzt auch ja ja das ist direkt bei dir im chat wir haben durch das anklopfen wurden unsere chats zusammengelegt hä hä wie geil das ist das problem ist jetzt nur dass mein chat voll mit diesem moderations weil ich habe warte mal ich muss mal eben äh also dein chat sieht eigentlich ganz normal aus ja ich habe nur noch eine nachricht also ich habe meinen chat in obs also okay hallo kränhafen kränhafen so sorry so ein traum das ja voll gut hab gleich mk peanut es ist nicht nett mit wertgegenständen zu flexen gegen überbedürftigen menschen echt so boah hast du dir mal angeguckt wie die aussehen die mk6 förderbänder oh mein gott irgendwo her kommt dein ton doppelt entschuldigung ich habe mich vielleicht nicht gemutet was ich jetzt selbstverständlich sofort nachgeholt habe ja und jetzt habe ich den stream gemutet aber wie geil man kann da auch straight up direkt die webcam mit einbinden ja das funktioniert quasi wie watt ninja oder wie auch immer das hieß ja ja ich habe mir die mk3 sechs bänder angeguckt weißt du was das bedeutet nein also nicht nur dass ich mir die angeguckt habe sondern ähm wenn du ein mk3 miner voll ausrüstest kann der ich glaube über 1000 erz liefern und mit den mk6 förderbändern kannst du das auch voll nutzen ja das heißt unsere pimmelbuden die wir hier gerade bauen können ungefähr ein drittel mehr leistung bauen äh ja die sind sau teuer okay die sind wirklich sau teuer ja was brauchst du denn dafür ähm warte oh manie left the game ja ah ok du gehst grad nachgucken ich war grad so ja ich kann kurz zeigen okay so also erstmal sehen die halt so aus sie sind wieder schmaler aber die leuchten halt richtig geil oh nice äh warte jetzt hier mal so und rechts siehst du jetzt was du dafür brauchst oder auch nicht weil ich grad eins gebaut habe ja und weil du glaube ich mit dem kopf drüber sitzt oh oh zeit kristall und für äh oh mein gott ich habe gesehen was du für zeit kristalle brauchst hm ja he is doing ja oh mein gott ok ähm aber was ich da dran jetzt cool finde guck mal die sind durchsichtig oh nice oh warte warte ich muss was ich muss was ausprobieren oh ich hätte auch noch was für dich eine neue bautechnik warte ich muss erst was ausprobieren wichtige forschungen müssen äh begangen werden egal ok scheiße ich bin dran vorbeigefallen ooooh jetzt geh doch hoch miau das war nicht so schnell wie ich es gedacht habe ok ich zeig dir mal eben was warte 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 ach warte ach warte ok äh so ach wie ging das denn nochmal oh ja warte oh ja warte also du baust ein förderband mhm dann nimmst du unter architektur einen gang mhm und dann hast du beschleunigte äh hier ist stairwalks wie aus foundry wie aus foundry oh ja das ist auch cool aber halt irgendwie ein bisschen sinn befreit mhm finde ich zumindestens so ich muss mir mal eben turbo draht holen ok ok ich habe sehr das bedürfnis bevor ich jetzt weiter baue mhm hier oben schon mal die ersten fabriken abzureißen ok das finde ich aber nicht nett von dir muss ich ja leider dazu sagen warum weil du das auch machen möchtest äh nö mir ist das eigentlich egal warum findest du das dann nicht nett von mir nur so einfach dahin gesagt so obwohl es natürlich noch lustiger wäre wenn äh ich das erst abreiße wenn wir unten die fabrik komplett fertig haben von mir weil dann können wir halt das ganze kupferding auch noch mit wegreißen äh ja obwohl so viel zeitgleich wegreißen können wir sowieso nicht weil wir gar nicht so viel platz im inventar haben ach rat mal warum mittlerweile auf dem awesome shredder noch ein weiteres fast oben drauf ist hihihi ich weiß nicht verrate es mir ich äh habe äh keine idee so was brauche ich eigentlich halt ich brauche mehr kupferblech kupferblech habe ich quarzkristalle könnte ich mir so rüberschiffen lassen oder brauche ich dafür nochmal zwei ich habe ich habe tatsächlich erst überlegt ob ich äh ob du ob ich die raffinerien trenne also von dem wo kupferblech hergestellt wird und wo halt die reinen kupferbarren hergestellt werden weil sie ja im prinzip zwei verschiedene steps sind aber dann habe ich mir gedacht vielleicht ist auch ganz gut wenn ich die ganzen raffinerien auf einer ebene habe ja bestimmt ich habe keine idee so reiner quarzkristall so reiner so reiner reiner so reiner 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 so reiner so reiner reiner so reiner sie reiner Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Ich bin immer gerne hilfsbereit. Ob es hilfreich ist, ist eine andere Frage. Aber du weißt ja, der Wille zählt. Ich bin immer gerne hilfreich. Ich bin immer gerne hilfreich. Dann machen wir es jetzt einfach so. Okey-pokey. Okay-pokey. 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 Sechs Zuschauer plus vier. Okay, dein Y-Spot schreibt jetzt doch bei mir mit rein. Ach, shoot. Warte, ich geh. Nein, nein, ist doch alles gut. Habe ich jetzt kein Problem mit. Ich wollte das sowieso immer schon ausstellen. Ich vergesse das nur die ganze Zeit. Ah. Okay. So, die Frage ist nur... So, Uptime und Fewers count. Deaktivieren. Das möchte ich nicht. Äh. Ja, Follower und so. Obwohl, nee, brauche ich eigentlich auch nicht, weil das mein Stream Elephant Spot macht. Subscriptions, give it by me nicht. Das macht alles mein... Nee, das macht nicht mein Bot, glaube ich. Das lasse ich mal an. Start, End, and Category ist okay. Äh. Die Beside Ingets sind ja richtig easy. Äh, okay. Maybe... Äh, klär uns auf. Äh, klär uns auf. Äh. so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, langsam sieht das aus, als ob an unsere ehemalige schludrige Fabrik eine vernünftige Fabrik angeschlossen wird. Ach ja, hatte ich noch wegen der... Ah, wie heißt das gleich noch? Wegen dem Atomkraftwerk, ne? Mhm. Eine Idee, die ich da hatte, war zum einen, dass man das so ein bisschen rund baut, ne? Ja. So wie dein Wasserloch da hinten. Ja. Aber... Das ein bisschen höher setzt, sodass unten zwei Bahnhöfe stehen. Einer ist für Nuclear Fuel und der andere ist für Nuclear Waste. Ja. Und dass sie dann da rausfahren. Und was ich gesehen habe, das wollte ich nochmal eben ausprobieren. Ähm, unter Wände, ganz unten, hat man ja diese automatische Tür, ne? Ja. Wenn man die richtig platziert, habe ich gelernt, funktioniert die auch mit Zügen. Okay. Ist die nicht ein bisschen klein für Züge? Ich habe keine Idee. Also ich meine, dass sie funktioniert, stelle ich gar nicht in Frage. Es ist Satisfactory, aber... Ist die nicht ein bisschen klein? Äh. Ach, doppelt nehmen. Naja, der fällt ja genau in der Mitte durch, du. Wie war das nochmal? Zwei Pumpen für ein Kraftwerk oder zwei Kraftwerke für eine Pumpe? Äh, ja. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Kraftwerke, 16 Kraftwerke. Und wir haben... Sechs Pumpen. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher under type ist. Also ich gehe mal davon aus, dass es eher nur ein Kraftwerke für eine Pumpe ist. So, an den Saft angeschlossen werden können die jetzt auch. Ja, ich mach mal hier was Sinnvolles. Ey, ich mach auch was Sinnvolles. Ne, ich sprach eigentlich davon, ich warte auf den Zug. Achso. Oh, wow. Ja. So, das Problematische hier ist jetzt, dass ich hier unten irgendwie nochmal 27 Raffinerien reinquetschen muss. Oh. Okay. Aber es ist genau so... Guck mal, der öffnet sich automatisch. Da könnte man eine Zweiertür nehmen, wo der durchfährt. Boah, ich glaub, das dürfte richtig cool aussehen. Jetzt hab ich eben vergessen nachzugucken, wie weit ich hier den Abstand gemacht habe. Das Ding ist für... Äh... Moment, kann ich das überhaupt so bauen, wie ich das jetzt geplant habe? I don't know. Ich doch auch nicht. Äh... Hast du nicht einen Calculator offen? Ja, ich guck' ja gerade. Ach doch, 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 kann ich so bauen. Warte mal. Der MK3-Miner macht... 240 pro Minute. Den muss ich dann voll übertakten, dann macht er 600. Ach genau, das ist keine reine Erzquelle. Deswegen macht er nicht 1200 oder was auch immer die, äh... auf Max können. Oh yeah. Ja. Das sieht nice aus. Wir stehen hier auf der Ecke ein paar Container rum. Fast. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, wie ich's bauen möchte. Ach so. Oh. Sehr icon. Ich müsste gleich mal nochmal eben mit dem Hund rausgehen, den hab ich total vergessen. Schlechte Mutter. Mit der muss ich nach die Abendrunde gehen. Hups. Ich hoffe, du spürst, dass, ähm, hier, wie heißt das gleich noch? Äh, das, das, das Schütteln meines Kopfes. Ja. Aber wenigstens hast du noch dran gedacht und nicht, äh, Jackie wäre nach Hause gekommen und dann so kommt in die Wohnung und tritt erstmal in sowas Feuchtes rein. Ew. 600 durch 37,5 sind 16 16 raffinerien mit kuperbaren brauche ich alleine um hier das um die 26 raffinerien zu feiern okay ich überlege echt ob das design was ich mir ausgedacht habe so viel sinn macht weil das alles in die mitte zu quetschen oder einfach vier reihen an raffinerien gegen übersetze und dann auf der nächsten ebene das kupferblech dann herstelle und du könntest aber auch das alles in der mitte machen so wie du jetzt gerade geplant hast und dann einfach mit einem turm in der mitte irgendwie der turm passt nicht mehr in die mitte ich muss hier 27 raffinerien unterbringen beziehungsweise 26 und 1 voll über und 1 so ein bisschen übertakten oh da würde ich mal sagen wird ein bisschen problematisch mhm stickt das draußen hervor ach Gott sei Dank nicht soo ach das kam von dir okay äh du solltest mal dein Ziel aktualisieren oh glückwunsch zu 600 Dankeschön äh danke Alexis für den Follower willkommen Roland schön dass du dabei bist ähm ich hör meinen Alert nicht ich hab meinen Alert auch nicht gehört also äh beziehungsweise ich hab keinen Alert gehört nein du hörst ja auch keinen von mir aber ich sollte meinen eigenen Alert ja eigentlich hören können ja eigentlich schon aber ich weiß nicht warum ich den nicht hören kann wahrscheinlich wegen dem geteilten Stream nehme ich an ne den konnte ich auch vorher schon nicht hören äh ja wir haben die 600 Follower voll da fehlen noch 400 die neuen wissen das nicht und die müssen es nicht wissen da sieht man einen Hund ja ab und zu hilft sie durchs Bild äh ne ne wie gesagt äh die neuen wissen es nicht die müssen es nicht wissen und dann ist alles super wenn es keiner weiß dann interessiert es doch keinen doch doch nein nein du kommst nicht drum herum doch nein doch und eigentlich müsstest du das ganze auch noch mit Sound Alerts spielen und dann die abgefucktesten schlechte Hände reinhauen kredusch hallo oh god was ist das denn was was es gibt Feuerwerk wenn ich ein neues Ziel angehe äh ich achso Moment das ne ne Glückwunsch danke äh jo ähm irgendwas wollte ich grad noch machen ich ich auch nicht dann lass ich's äh was auch immer es war ähm so ich wollte wieder auf deinen Stream umswitchen damit ich dein Bild aufsehen kann da verpasst du nicht viel so Quatzkristalle 70 und Kupferblech 30 ich ich find das ja dass man die Eingänge hier eintippern kann ganz äh sehr nützlich so Produktion Fabrikaturen Fabrikaturen so Produktion Fabrikaturen Oh ja, ich glaube, der Hund muss raus. Fiech mich hier die ganze Zeit von der Seite an. Okay. Jetzt muss ich nur eben gucken. 20 und dann nochmal 6 auf der Seite hier. Ich baue noch eben die Raffinerien hier unten zu Ende und dann gehe ich kurz mit dem Hund eine kleine Runde. Okay. Ja, ich würde dann nämlich auch mal die Gelegenheit nutzen, ganz kurz einmal wegzugehen. Okay. 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 So, jetzt nur noch 7 hier hin. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 6. Oh. Als ob ich das geplant hätte. Es ist schön, wenn Sachen aufgehen, oder? Ja, ich habe gerade den Katerium-Ausgang gesucht. Wieso kommt kein Katerium an? So. Warte mal, wenn ich... Ich mache das anders. Wenn ich 27 Raffinerien baue, kann ich drei Reihen A9 Stück machen, dann ist mein innerer Monk irgendwie zufriedener, wenn ich ehrlich bin. Ja, Mokokin, ich komme sofort. Sekunde, ich muss hier kurz noch was abreißen. So. Also. Gleich, wenn ich wieder da bin, platzieren wir 27 Raffinerien und dann gucken wir mal, dass wir alles so verkabeln, dass wir bedampftes Kupferblech herstellen können. Dann, äh, bis gleich. Genau. Ich würde jetzt einmal mich auch verabschieden und zwar ein kurzes Päuschen machen und dann sehen wir uns auch gleich wieder und lösen unser Problem mit dem Katerium und Kupfer und Scheiß. Ja. Also. Bis später. Gleich. So. Also. K Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das ist die falsche Seite. War hier noch was im Eingang drin? Ah. Äh. Okay. So, Förderbahnfusionator. Cool. So. 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 Tschüssi So und das hier war das Kupferblech. So und das hier war das Kupfer. So Power Nines und dann fehlt eigentlich nicht mehr viel. So und das hier war das Kupferblech. So und das hier war das Kupferblech. So und das hier war das Kupferblech. So und hier werden dann KI-Begrenze hergestellt? Ja. So und das hier war das Kupferblech. So und das hier war das Kupferblech. Okay, das Ganze nochmal. Oh. Okay. 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 Da sollten wir jetzt die KI Sachen ankommen und die Begrenzer. So. Schreie Das hier ist geradeaus beliebig rechts Überschuss und hier machen wir das links Überschuss. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Ich habe mir noch kurz was zu Schnecken mitgebracht. Nicht, dass ich das gestern wieder vergesse, weil gestern habe ich über den ganzen Tag zwei Brötchen gegessen. Das war vielleicht ein bisschen wenig. Hört sich auch überhaupt nicht gesund an. Ich hatte wirklich gar keinen Hunger. Dafür kann ich heute freten wie ein Loch. Will was? Nichts. Freten wie ein Loch? Okay, die Bezeichnung finde ich auch lustig. Nudeln kann man ja echt nicht schön on-stream essen, ne? Das geht einfach nicht. Weiß ich nicht. Snackst du gerade Nudeln? Mhm. Okay. Ja. Okay. 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 Was ist denn? Was ist denn? Okay. Du wurdest was gefragt. Oh, danke. Äh. Hi Corby. Ähm, ich baue gerade einmal hier werden KI-Begrenzer hergestellt. Aber nur sieben Stück die Minute. Und anschließend wird daraus, ähm, wie heißt diese gleich noch, die Äh, lass mich lügen. Äh, die Quarz-Oszillatoren. Oder zählst du so viele, dass ich davon welche haben darf? Wie viele brauchst du denn? Hm. Sekunde. Ähm. Zehn pro Minute. Äh, nee, dann nicht. Oh, ehrlich? Nee, ich produziere nur sieben und ich wollte die nutzen für die, äh, Funksteuereinheiten. Ah, okay, schade. Weil für die Computer brauch ich zehn pro Minute. Ah, ich weiß warum. Weil du keinen Bock hattest auf die alternativen Rezepte, ne? Hm? Das ist ein alternatives Rezept. Oh, wie viel stellst du denn her? 20. Ah, okay, ja. Ja, aber, äh, das Rezept dafür war eigentlich relativ einfach, das herzustellen. Also das müsste eigentlich bei dir auch relativ easy gehen. Weil Blech stellst du ja schon her. Und dann müsstest du eigentlich nur noch Turbodraht dahin bringen und Quarz. Ja. Ja, das Gummi dafür, ähm, stell ich ja auch schon her, weil ich baue ja die isolierten Quarz-Oszillatoren. Ja, genau, die stell ich auch gerade her. gonna just dame. Das war's. Das war's. Das war's. Ich wollte gerade sagen, oh, da ist jemand, der wollte was verkaufen, aber der wurde von dir perma gebannt. Ja. Mit dem Wisebot sind die schneller weg, als du gucken kannst. Das ist doch schon mal ganz gut, ne? Ich krieg nur noch die Meldung, dass da irgendwas war und nicht das... Also ist dieser Absorb-Gedöns, der war von mir und nicht von dir, oder? Äh, weiß ich nicht. Okay. Wird dir das in deinem Chat eigentlich angezeigt, bei wem welche Nachricht geschrieben wurde? Äh, nee. Okay. Okay, weil in meinem... Also in OBS, wenn du das in OBS deinen Chat drin hast, dann wird dir das angezeigt, bei wem... äh, wer schreibt. Also in welchem Stream der gerade schreibt. Ah, okay. Steht hier leider nicht. Was ist denn hier passiert? Was? Wie? Wo? Ach, schut. Ich glaub, ich hab aus Versehen, äh... Hab vielleicht zwei Raffinerien abgerissen, die ich nicht abreißen wollte. Ach, Mensch. Ich glaub, da muss ich jetzt erstmal kontrollieren, ob das an mehreren Stellen der Fall war. Ich glaub, das waren die einzigen beiden, die ich aus Versehen mit weggerissen habe. Ja. 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 Ach so. Ähm, ich hab mein Gesicht gerade so voll verzogen, weil ich überlegt hab... für die leute die es gesehen haben sich gefragt haben was 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 der gesichtsanfall da gerade zu tun hat was das darstellen sollte ich habe nachgedacht kurzer stroke ja so so hier habe ich einen abstand von einer kompletten platte und dem bisschen von der anderen was ist denn hier denn invader was um bursting wovon zur hölle hast du gesprochen hier war ein ben invader restricted at detected as likely ben invader okay yep ja 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 ich glaube hier hinten genau hier hinten würde man dann theoretisch in die fabrik reinkommen also von hier hinten irgendwo vielleicht wäre hier gar nicht so doof dass ich ja genau fall ruhig runter ist gar kein problem ähm spieler ist im weg das war ja klar ist ja immer so ja ja nichts neues weil ich würde ganz gerne in dieser fabrik mal mit diesen laufstegen arbeiten dass man gar nicht durch auf dem grundsätzlichen boden wo die ganze förderbänder und so lange laufen lang läuft sondern dass man ich hier über diese laufstegen quasi durch die fabrik kommt genau und dann halt von hier außen auch entsprechend da hoch ja finde ich gut das ist unfassbar der hund hat gepinkelt gekackt und gefressen und jetzt schläft er ja wieder wohnschlos glücklich ja wie so ein baby ja uh das war knapp wieso ich habe vielleicht kohle eingeschüttet und es hat halt sprudel aber keine sorge es ist nichts passiert ich habe nichts über meiner tastatur verteilt stimmt wirklich ich äh kloppte da einfach mal mhm so ich brauche 600 kupferbarren um bedampftes kupferblech herzustellen heißt das kann ich alles noch auf einem mk5 förderband laufen lassen äh ja heißt ich werde hier jetzt einfach die ganzen splitter lang hauen so da bin ich wieder und essen war lecker das freut mich was gab es denn und wir kommen zurück und wir kommen zurück und vor allem und die 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 du hast ja bestimmt wieder was richtig leckeres gekocht machst uns jetzt alle neidisch weil wir das nicht kochen können mit einer spinatfrischkäse soße und räucherlachschreifen ich hasse dich okay i literally hate you kommen wir mal essen also bei mir gab es nudeln mit tomatensauce das wäre so mein level ja mehr kriege ich halt auch nicht hin so das ist so das höchste der gefühle wobei tortellinen schinken samensauce kriege ich auch noch hin ja ich kriege alles mit magi tüten fixen ja mann mk6 jeet sauber ich arbeite übrigens immer noch an meiner kupferblechfabrik ich glaube dass mich das auch morgen noch beschäftigen wird weil ich glaube nicht dass ich die heute fertig kriege oh no oh no oh no oh no wie sieht der abstand hier größer aus weil er größer ist hallo zuschauer willkommen zurück das war mir jetzt ein bedürfnis das vorzulesen warum nur ich habe keine ahnung so ein halbes und ein bisschen ist es bisschen und da deshalb wunderbar jetzt haben wir den gleichen abstand resili feuert resili feuert mit scharfe munition das hat zum schießen dafür wirst du eigentlich geschlagen ja ich weiß könnte mir mal einer sagen warum ich so bin eltern familie schule ich krieg's kotzen irgendwann irgendwann krieg ich sie in diese scheiß teile anständig in einer reihe zu platzieren drecks teile echt ok standard auf gradisch umstellen und dann dann baut er immer rechte winkel er versucht es und dann baut er auch nicht mehr ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ö ö ä Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du würdest sie auch Katzen nennen Uncool Habe ich mir gedacht Du würdest sie auch Katzen nennen So, hier muss der ganze Bums hinterher reingehen Dann wäre es ja cool, wenn hier Nummer 16 wäre go 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 Oh nee. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade fragen, was ist denn? Oh nee. Ach nichts, nur ich, die mal wieder zu blöd war, Sachen richtig rum zu platzieren. Und schon wieder. Warum hat der da immer eine Spur Kupfer mit drin? Äh, wieso unter den Plattformen das nicht allgemein Betonwurm fachlich genannt? Betongusswurmus. Oh mein Gott. Also Zuschauer, du kannst es auch geschlagen. Merkst du, Zuschauer, ist heute sehr schlagfertig. Der war auch schlecht. Oh nee. Danke. Das war's für heute. So, ich hab noch nicht ein Rezept eingestellt. Hm. Okay. Und schon 66, äh, Zinger platziert. Raffinerien. Okay, das ist ein bisschen was. Ja, man kann zumindest nicht sagen, dass ich heute noch nichts geschafft habe. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt zieht die Raffi dafür auch ein bisschen mehr Saft. Ja, das ist in Ordnung. Scheiße. Weswegen war das jetzt? Ach nichts. Einfach so. Okay. Cool. Die standen richtig, nur die eine hier steht falsch. Oh. Und hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, die, äh, das hier wird schon sehr, sehr viel Strom ziehen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was übrig. Ja, ich bin eigentlich so gesehen auf eine gewisse Vorbereitungsphase gerade. Ja, fürs AKW. Genau. Uiiss. Da ist was Neues im Depot. Ja, er macht hier nur Vorbereitungen gerade zuvor, deswegen passt das schon. Wollt ihr das nicht zusammen? Ja, das wollten wir auf jeden Fall zusammen machen. Genau, und ich mache nur Vorbereitungen. So, hat das jetzt geklappt? Wow. Will er mich verarschen? Kacktei. Behold. Guck mal, scroll mal ganz nach unten in deinem Inventar, in dem Depot. Oh, nice. Oh. Oh. Danke Zuschauer und Ace. Danke für die Follow. Hallihallo Ace. Oh, und ich habe ein neues Follower-Ziel erreicht. Nice. Wie oft musstest du das in dieser Woche schon umstellen? Viermal. Ja, ich dachte mir sowas. Und davon ist die Hälfte gewesen, wo ich noch nicht mal online war. Ja, ist doch cool. Ja, ansonsten, ja. Obwohl man sich natürlich, wenn man ein Follow bekommt, auch am liebsten dann direkt dabei bedankt, ne? Ja, auf jeden Fall. Alter, hier bekommt man ja PST. Wollte gerade Wasserbomben werfen. Und Moin Ace, willkommen im Stream. Ich habe gerade eben die Quarz-Oszillatoren-Fabrik abgeschlossen. Noch nicht ganz fertig, da fehlt noch ein bisschen was, aber sie werden hochgeladen. Erstmal. Und ich baue eine völlig übertriebene, total unnötige Kupferfabrik. Jo. No. Ich habe es geschafft, meine kompletten Aluminium-Casings wegzuhauen. Die ich irgendwann mal gesichert hatte. Au. Nein. So. Fum. Ey, aber Zuschauer, dann hat das das erste Mal funktioniert, dass du die Aufmerksamkeit von mir bekommen hast durch einen Ping. Wohlgemerkt, das war der Sinn und Zweck dieses ganzen Blurps. Ne. Ich kann dir eins, äh, so Ace schrieb, läuft, ich habe das Game seit fünf Tagen. Ich kann dir eins sagen. Du wirst mit dem Game anfangen und dir denken, ja, gefühlt habe ich jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Und es sind schon fucking vier Stunden um. Oh, man sieht sofort, wo Madi ihre Fabriken gebaut hat. Was? Wieso? Ach, hier sind überall rosa Bäumchen. Ey! Du bist so doof. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier wollte eigentlich. Ah. Ja, sie ist verdient, ha. So. Aber ich kann eins sagen, es macht unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Und man kann hier echt Zeit reinbuttern. Und ja. Das ist er. Ja, wenn die Meldung, ja, wenn das nur die Meldung wäre. Ja, ich glaube, das Längste war, sie spielen seit zehn Stunden, Zeit für eine Pause. Äh, was? Wieso spiele ich denn? Wo sind die letzten, wo sind die letzten zehn Stunden meines Lebens hin? Ja, ja, ja. Das trifft sich sehr gut. So, ab zur Aluminiumfabrik. Aluminium. Aluminium. So. Drei, zwei, eins, Aufschlag. Ich glaube, ich sollte mal bald mal wieder auf Merkersphären-Suche gehen. Mhm, 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 mhm. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Dragon. Hallo, Dragon. Gate. Zwölf, take it or leave it. Was? Zwölf, take it or leave it? Egal. Ach so. Du hast zwölf Stunden gedaddelt. Okay, das, ich hatte, glaube ich, das Schlimmste, was ich hatte, waren 14 Stunden oder so. Aktive Playtime. Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass du es nicht merkst. Aluhol und die dramatischen Folgen. Oh ja. So. Das hat auch mal super funktioniert. Oh, nice, wie ist es gelaufen, Dragon. Ops. Oh, äh, so, alle holen einen dramatischen Fall. Ey, so, es ist kommt von Arbeit, zogs, geh spen und dann wieder auf die Arbeit. Ja, das sind die letzten zwei Wochen. Seit dem 10. September läuft das so. Ja, es ist halt hardcore, wenn man das so sagt, aber es ist halt einfach die einzige Wahrheit. Ja. Richtig schlimm. Gut, harte Fahrstunde heute. Nice. Frag mich mal in meinen ersten 24 Stunden. Oh ja, das ist, äh, das will ich gar nicht. Es wird Werbung vor dem Stream gezeigt. Mache eine Werbepause, damit sie deaktiviert werden. Oh. Oh, die Fahrstunde war gut. Sauber. Ach, jetzt fühle ich mich alt. Hm. Ja, ich hab meinen Führerschein seit 2010. Zuschauer, ich will keinen Kommentar von dir hören. Da war ich, da war ich in der sechsten Klasse. Warte mal, stimmt gar nicht. Müsste es nicht heißen, wie ist es gefahren? Doch, da war ich in der sechsten Klasse. So. Oh, äh, müsste es nicht heißen. Du bist echt alt. Wie ist es gefahren? Die ersten Diamanten werden hergestellt von Peanut und Dragon, du Rentner. Dankeschön, Dragon. Geht mir seit fünf Tagen so und auf der Arbeit schau ich mir Stream an den Dingen. Das hab ich in der Pause gemacht auf der Arbeit und hab mir Baututorials angeguckt. Ich hab die während der Arbeit immer nebenbei laufen. Ja, das geht bei mir nicht. Seit 2010 vor Christus auf dem Esel. Ja, ungefähr dann. Oh, ich muss euch was vorlesen, wo wir gerade bei Esel waren. Das ist sehr, sehr wichtig. Du hast einen Artikel über dich gefunden. Nein. Ah, wo war denn das? The african wild ass. The african wild ass or african wild donkey is a wild member of the horse family. Weil ass ist auch eine weitere Bezeichnung für ein Esel im Englischen. Hm. Oh Gott. So, oh no. Hab ja Langeweile auf der Arbeit. Oh, ich. Das Schlimme ist, ich hab mich selbst von Twitch ausgesperrt. Auf der Arbeit. Absichtlich. War ich das? Ja. Nachts ist unsere Bandbreite Richtung Twitch, ähm, hochgegangen. Und, äh, dann wurde das gesperrt und mir ist das halt aufgefallen. Deswegen geht das alles nicht mehr. So, Dragon hat Blurb für sich entdeckt. Ja, ich plane auf der Arbeit und plane auf der Arbeit Satisfactory Fabriken. Okay, das ist nice. Ähm, ja, das mache ich eher abends, wenn ich nach dem Streamen im Bett liege und dann denke ich mir Fabriken aus, wie ich die designen möchte und denke mir nur so, alter, das ist schon wieder too much. Oh. So. Unser guter Shredder, was sagst du denn? Oh. Wie zocke ich mir. So. So. So, wir machen jetzt was, was ein bisschen wahrscheinlich unverantwortlich ist. Also, unsere Insel wird übrigens immer weiter aufgeräumt, das ist echt erschreckend. Oh, räumst du oben schon auf? Äh, nee, nee. Okay, aber, äh, hier entsteht immer mehr Platz, weil immer mehr Sachen abgebaut werden. Okay, das meine ich ja. Aber ich selbst hab noch nichts gemacht. Nee. So, dann katapultieren wir uns einmal zu unserer Eisenfabrik und holen da einmal schwere Rahmen. Äh, du siehst aus wie ein Rentner und bist auf einer Kappa. Achso, und bist auch einer. Okay, ja. Aber was Kappa heißt, weißt du noch, oder? Oder bist du dafür auch schon zu alt? Alter, fick dich hart. Nee, danke, jetzt gerade nicht. Ich bin nicht alt. Ich bin voll tätowiert mit Animes und Spielen. Du bist gut betucht, meinst du? Ja, gut betucht wäre, dass ich Geld hätte, das hab ich ja noch nicht mal. Vom Alter her, mein ich. Achso. Ich spende in meinen besten Jahren. Sagt er mit einem Krückstock in der Hand. Nee, das ist schon wieder vorbei. Drei Tage Fahrradfahren und die Knie tat nicht mehr weh. Das war richtig nice. Sehr gut. Äh, so. Ich versuch immer Strukturen zu haben, aber bekomme Chaos. Ja. Ich muss mich auch hart dazu zwingen, sowas zu machen. Wenn ich dir gleich mal unsere ersten, ähm, Fabriken zeige, dann wirst du dir auch denken, so, hm, okay. I didn't say anything. So. Äh, anderes Jetpack. Nee, ein großer Lörris war gut bestückt. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Ach, ich weiß auch nicht. Ja, ich auch nicht. Witzigerweise kriegt er den alten Sack. Was? Mal wieder alle hier herz, herz aller liebst. Also alles wie immer. Ja. So, so werden 3,600 Kohle in Dias umgewendet. Och du Scheiße. So was kommt mir auch noch. Ähm, ich würde... Wir sind verloren. Wir sind verloren. Wir sind verloren. Warum? Und wenn du das Leben aufgegeben hast. Also wirklich nur noch Assi TV, vom Fernseher gammeln und nichts mehr machst. Oder wenn du dich wirklich benimmst wie... Jemand, der schon in Rente ist und... Ja. Also ich bin so bekloppt im Kopf, dass ich morgen eingeschult werde. Ja, genau das meine ich. Also wenn man noch die geistige Reife eines 12-Jährigen oder 5-Jährigen hat, dann ist noch alles in Ordnung. Wenn es dann aber anfängt, dass man... Äh, äh, ja. Also... Muss man für jede Person selbst entscheiden. Und macht es eigentlich Mühe, den Bart zu färben. Äh, damit habe ich zum Glück keine Probleme. Ich komme nicht ab und zu mal ein graues Haar zwischendrin raus. Nee, das dauert noch 20 Jahre. Obwohl, wenn ich mein Vater und... Nee. 20 Jahre... Doch, das müsste hinkommen. Boah, hast du gute Gene. Wenn, wenn, wenn ich die Gene meiner Mom hätte, dann wäre ich jetzt schon grau. Oh. Hätte ich jetzt schon graue Haare. Meine Mom hat mit, äh, 22 oder so graue Haare bekommen. Oh. Ja. An sich auch cool. Ich habe mir mal die Haare grau gefärbt. Hm. So. Ey, jetzt stimme ich dir zu. Ich fühle mich seit 22 Jahren wie 20. Ja, bei mir sind es aktuell 12 Jahre. 13. 12, 13, 13 Jahre. Äh. Nicht, dass man, was, nicht, dass man die weißen Haare sieht. Und Peanut hat schon graue Haare. Mein Bruder auch und der ist, äh, jetzt 24. Okay, warte, ich, ich suche mal eben was raus. Oh, ich habe Geld bekommen. Ja, ich auch. Und da waren so ein paar Nachzahler und so weiter drinnen. Das ist eine sehr nette Summe, die da gerade stand. So, äh, ich, ich, bist du bereit? Äh, es kommt immer drauf an, wofür. Dafür. Oh, nice. Ja. Ja. als allerliebst wie immer ist das lange her okay ich bin jetzt im jahre 2023 angekommen und viel zu viele fotos von essen essen ist so war ja das schon aber das kann ich gerade nicht schnabulieren ist traurig und zig fotos von irgendwelchen festivals und konzerten service notification iron maiden spielt wieder in deutschland nächstes jahr falls da jemand hin will so noch 100 kilometer dann pause tröste dich mr peanut es gibt gute gründe warum ich keine vorratshaltung im gesicht trage bart ich habe die ja nicht im bad bekommen ich bekomme die langsam im haupthaar ja aber ich habe hellere naturfarbe da muss man schon genau hinschauen ja das das gute habe ich auch oder das glück habe ich auch alter jetzt bin ich bei 22 22 mit dem foto scrollen ich bin immer noch dabei das foto zu suchen oh mein gott ich habe irgendwas falsch gemacht bei minecraft ich glaube langsam kommen wir ihm näher da habe ich mir die haare geschnitten alter schwede mit dem corona super so discord sorry for the long wait long wait so ich hab dir mal fotos geschickt so äh ich hab halt warte weh mich der opa oh boy der ist heute auf seine knie krass oder ja wait a moment oh junge da war ich noch jung 2001 schlimm oder ja ganz grauenhaft ja das liegt jetzt aber an der grünen wand dahinter dass es so übel aussah da finde ich das besser mhm das geht wieder finde ich aber ja es tut mir leid das so direkt sagen zu müssen aber das andere bild fand ich ganz grauenhaft das war extra on purpose so okay junge 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 boah sah das scheiße aus war das ne von nein das das geile ist halt äh da sieht das jetzt echt weiß aus ne aber im äh normalen licht war das eher äh gräulich blau schwarz so in die richtung und zwar ahne ich eigentlich ganz lustig auf squillix of wish bestellt in fett auf jeden fall hm 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 hab ich noch mehr lustige fotos äh hatte ich dir die fotos geschickt wo ich mir die haare geschnitten hab boah weiß ich nicht mehr ja das kann man ja gleich dazu prangen das bild sah auf jeden fall besonders aus hm tja neeeh hab ich dir nicht geschickt äh wahrscheinlich so halb mal meine bier aktion oh ja das war so die richtung danach hab ich mir die haare noch kürzer als jetzt geschnitten dann hab ich mir die wieder schulterlang wachsen lassen oder hab ich mir sie wieder abgeschnitten hm hm Hatte auch mal lange Haare, habe aber Naturloggen. Okay, das ist krass. Das würde mich dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen upfacken. Äh. Hm? Ich war gerade am überlegen, was ich tun wollte. Oh mein Gott, wir brauchen ein, zwei Sachen. An Turbomotoren wolltest du als nächstes rangehen, ne? Äh, ich wollte jetzt erstmal die Computer machen. Also bis ich bei den Turbomotoren bin, dauert das noch ein ganzes Weilchen. Ja, du wolltest, ach ne, dann kann ich die, äh, Turbomotoren machen. Ja genau, du kannst dir die Motoren von hinten hier einfach wegholen. Aha. Motoren. Turbomotor. Sieht das krass kacke aus. Also Kühlsysteme, Funksteuereinheiten, okay, dann werde ich als nächstes die Funksteuereinheiten machen. Ja, den Rest haben wir ja. Ja, genau, Gummi. Funksteuereinheiten sollte jetzt problemlos sein. Ja, und dann müsste ich, ne, dann wäre es, glaube ich, gut, wenn wir die Turbomotoren, vielleicht müssen wir das Gummi auch noch an ein, äh, an eine Drohne anschließen. Mhm. Jo. Ich kann eh nix, so, äh, so, äh, so, äh, ich kann, äh, ach, warte. Äh, oder Klosterfrau, Melissa, es gibt nix legales mit mehr Umdrehungen. Ich kann nur Rumbi empfehlen. Was ist denn Rumbi? Und, äh, ach, geht schon, die Masse macht's auf jeden Fall. Oder Westwälder Basel. Basaltfeuer. Was zur Hölle? Ich kann eh nix mehr vertragen, wenn ich nicht, wenn es nicht, wenn es nicht gut läuft, lasse ich die Finger von Alk, das geht sonst schief. Denn es ist doch witzig, Alter. Also. Nichts geht über einen guten Schlung Rum. Oder Meth. Meth ist das Geilste. Baselfeuer ist ne Kräuterschnaps mit 56 Prozent, ja. Also bei uns gibt's hier Obst, leh. Und da trinken unsere Landwirte und, oder Doppelkorn. Und denkst dir, Alter. Und Rumbi ist rum mit Himbeerlikör. Ah. Das klingt sehr eklig. Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal Wodka-Melone gegessen? Nein. Echt nicht? Ich trink nicht mal Alkohol. Ja, das ist in dem Fall egal. Das ist ja Essen. Weißt du, was die nächste Stufe von einer Wodka-Melone ist? Nein, aber du wirst es mir mit Sicherheit gleich sagen. Oh ja. Du pürierst die Melone, nimmst, also du halbierst sie nur, schälst sie aus, pürierst das Zeug, kochst damit Wodka und Wackelpudding und dann füllst du die Melone wieder auf. Und dann hast du ne Melone aus Wackelpudding. Und die kannst du auch so schneiden, wenn du viel Wackelpudding nimmst. Dann sind das diese festen Stücke. Sieht aus wie, ähm, wie Gummibärchen. Das ist, ja, man kann ziemlich hart davon abstürzen. Hm. Mhm. Jo. Ja, die Woche geht dann anders, auf jeden Fall. So, was wollte ich eigentlich machen? Die lenkt mich ab. Wir? Dich? Ja. Ah. Mit Sicherheit. Hast du noch Tickets bei dir in der Tasche? Nö. Alle in der Truhe. Okay, nee, weil ich, ich hab mich gewundert, aber die hatte ich jetzt grad gefunden. Wir haben 97 Tickets. Hm. Okay, das muss gekauft werden. Das ist bescheuert. Hm. Was zur Hölle hab ich jetzt gekauft? Hm. Ja. Wie? Ja. 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 Ein Atomkraftwerk. Klosterfrau Melissengeist hat glatt neun 70%. Ich hab noch selbst gebrannten Obst da mit um die 60 Umdrehung. Die Omi sind ganz schön am Spritten. Oh ja, auf jeden Fall. Das Schlimmste, was ich getrunken hab, war bei nem Kumpel. Der Alk hat die Holzbarweiß gefärbt. Alter. Ihr sollt auch keine Weizmittel trinken. Das ist nicht gesund. Ach, gesund hin und her, ob's doch entknallt. Ja, trotzdem. So, was zur Hölle hab ich jetzt hier gekauft? Wow. Wo kommt man gucken, wer alles online ist? Was meinst du? Bei Sartis. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich geh dich mal besuchen. Weil der Checkmate ist wohl noch bescheuerter als vorher gedacht. So. Oh Gott. Oh cool. Bleib mal stehen. Ah ne. Oh doch. Guck mal, ich bin Twitter approved. Oh. Mhm. Danke Zuschauer. Boah. Ist das bescheuert. Alter Schwede, du Ärmste. Was hast du dir hier angetan? Was? Ich seh nur die ganze Verrohrung hier. Ja. Die war toll. Glaub ich. Ach du Kacke. Ja, und das ist nur Kupferblech und Kupferbarren hier oben. Ach holy shit. Ja, Draht und Kabel kommen oben auf die nächste Etage. Okay. Hast du schon irgendwo eine Hauptstromquelle? Nein. Ich hab bis jetzt auch nur die Maschinen außenrum angeschlossen. Die anderen sind noch gar nicht angeschlossen. Ja, weil mein Jetpack nicht mehr funktioniert, deswegen fragte ich. Ach so, ja, ich hab einen Strommast ganz in der Ecke. Aber dass der nicht zu sonderlich viel hilft, ist wohl klar. Oh ja, hier. Das sieht so enttäuschend aus. Dieser kleine Einzelne. Okay. Was hältst du dann von so einem riesigen Mast? Für die Größe der Fabrik wahrscheinlich angebracht. Ja. Ja, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Dass es keinen Wandanschluss von diesen Masten gibt. Wie willst du von so einem Riesenteil einen Wandanschluss machen, bitte? Ja, zwei von diesen Nübels an eine Wand ran gedonnert und dann gehst du von diesem Riesenteil da einfach ran. So haben die das hier in... Auf dem Ländle war das ja Standard gemäß so, ne? Ach so, mit den Freileitungen meinst du? Ja, ja, genau. Ja, das ist aber scheiße. Ja, ich weiß, aber es würde hier halt echt gut reinpassen, ne? Ja, schon. Wir sind immer noch dabei, die Freileitungen zurückzubauen. Ja, das glaube ich. So. Ich habe dich hier einfach erstmal so provisorisch im Kasten hingesetzt. Oh ja. Damit du hier besser rumfliegen kannst. Ja, danke. So. Noch habe ich fast 52k Punkte mit ganzem Latten zum Winken. Ich verliere meinen Verstand, höre jetzt seit circa 30 Minuten ein Techno-Remix von... Hörst du die Regenwürmer hüsten? Alter, wie kann man sich nur so foltern? Musst du dich irgendwie selber bestrafen? Hast du irgendwas... Also ich meine, wir können auch über alles reden hier im Stream, ne? Ist auch ganz privat natürlich. Ja, ganz privat. So, was fehlen mir? Oberfläche zu... Ah, okay. Oberflächen fehlen mir. Ah. Weißt du, Raffinerien musst du halt schon eine hohe Deckenhöhe haben, so, ne? Ja. Oh, sieht das geil aus. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Was denn? Oh. Oh. I see. Ich bin da grad vorbeigeflogen. Hm, grüner Himmel. Tja. Tja. Ja. Der Name ist Programm, ne? Was denn? Äh, nix. Ich wollte grad den selben Joke wie immer bringen, aber der ist ja mittlerweile schon nicht mehr witzig. So. Äh, Quarks. 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 Batterie. Das hier ist Quarksorts. Dann brauchen wir eine Drohne. Nervige Awesome Sync. Also die Awesome Sync hätten sie auch mal ein bisschen kleiner bauen können, oder? Mhm. So. Wo mutual. So. So. chao, oh. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Nur noch eine Seite und dann haben wir zumindest die Wände schon mal fertig Von der ersten Etage Du suchst dir da auch immer Projekte aus Immer sind da Raffanarin drin Ja Aber es ist auch voll der Megaklotz geworden Ach Quatsch Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Kacke an Aber Ich bin mir nicht sicher Sprich jetzt aus Ach warte ich versuch das mal Ich sag jetzt mal So Säulen die Ein Stück nach innen gehen und nach oben Und dann hier einfach nur eine Plattform hin Das hier unten so als Ölplattform offen lassen Ohne Wände Musst du selbst entscheiden Das war nur gerade so ein spontaner Einfall Ja das ist ein verdammt guter Einfall Weil sonst sieht es einfach aus wie quadratisch praktisch gut Ja mit Schichten Also hast du eine Hanuta gebaut Weil du hast hier auch in den Ecken immer diese Freiflächen Ich glaube da könnte so eine Megasäule glaube ich sogar cool aussehen Also dann nicht nur diese kleinen Architekten Rahmsäulen Sondern vielleicht Sondern diese großen die so groß sind wie so eine Grundfläche ne Ja vielleicht hier so Das dann als Säule Und dann vielleicht die Zwischenstockwerke dann Einmal so als Trageding oder so Wie rum läufst du? Rechts rum Das Problem ist nur dass meine Rohre an der Wand angebracht sind Oh Ja die sind jetzt freischwebend Ja dann sind sie freischwebend Genau wie die ganzen Stromleitungen Ich bin runtergefallen Aber Das könnte vielleicht noch eine Option dazu werden Wenn du diese fette Säule hast Könntest du da diese normalen Architekturplatten Einfach Als Kreis drum herum ziehen Ja Als Als Aufhängung Vielleicht Ich hab keine Idee Ja wir gucken einfach mal Ja Also in meinem Kopf sieht sowas aber ziemlich gut aus Ich kann sowas aber nie umsetzen Ja Zuschauer Ich verlege Rohre Hat er unangebrachte Jokes gebracht Hm Naja also Zuschauer eben Ich weiß nicht ob man da irgendwie was anderes von erwarten kann Nicht gut Und Nicht gut Also Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Jochen Ich weiß nicht strawberry cü sp Ich weiß nicht Ich weiß ja von mir nichts gutes natürlich natürlich nicht yo Ich mach erst mal so hoch, wie geht. Achso, machst du die da hin? Ich hab die jetzt genau in die Mitte platziert. Achso, du wolltest so einen so groß. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich in einer Ecke den Aufgang zu... Achso, Moment, das geht ja. Dann kann ich aber auch meine Laufstege und so muss ich dann ja auch irgendwie... Egal, das krieg ich ungeplant. Ja, gut, dann mach mal so. Ich wusste nicht, wie... Ich... Doch, doch, passt. Die, ähm, wie sagt man gleich? Oh, du hast hier Raffinarien abgebaut. Ach, nee. Ich neige dazu, das zu tun. Öfters. Du könntest natürlich die Hülle der Fabrik in der Form des Produktes bauen. Das ist aber schlecht, wenn ich drei Produkte baue. Äh, drei Produkte in einer Fabrik fertige. So, ich bin wieder... Muss erst mal telefonieren. Okay, WB von mir... Nichts Gutes natürlich. Wie geht das eigentlich mit dem Jetpack? Äh, du schaltest irgendwann ein Schwebepack frei. Äh, hier. Den Schweberucksack. Und der verbraucht einfach nur Strom. Und überall, wo Strom ist, kannst du dann fliegen. Und nein, ich glaub, ich würd... Das Produkt selbst... Oh, ich glaub, da würd ich Anfälle bekommen. Oh, ich glaub, Ich glaube, Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Weißt du, was für einen Gedanken ich gerade noch hatte? Du wolltest ja Laufwege reinbringen, ne? Mhm Ich glaube, das dürfte sogar passen, dass du... Wenn wir jetzt mal das hier nehmen... Ist gerade nur, äh, Beispiel Ich fand die Idee nur cool Also an dem inneren Pfosten dann nach oben Ja, ich würde vielleicht, äh, in der Mitte nach oben gehen Weil dann kann ich das mit den, äh, Betonsäulen noch machen Mhm Ja, ich finde das eigentlich ganz cool Ja Oh Da hab ich noch was Du musst ja auch irgendwie das Material nach oben bringen, ne? Ja Ähm, wenn du hier eine Plattform setzt Dann diesen Durchbruch nimmst Mhm Und den gleichen Durchbruch auch auf dem... Aua Auf dem Fußboden in derselben Position setzt Kannst du von oben nach unten durchgängig bauen Mhm Und dann ist das, äh, weil die Lifte haben ja normalerweise eine Begrenzung, bis wo die gehen Ja Dann ist das unbegrenzt Das ist sehr gut Ich baue jetzt erstmal die Säule noch auf die anderen Seiten Beziehungsweise hier hinten muss ich mal gucken, ob ich die Säule da so überhaupt noch... Boah, ich hab viel zu viel Arbeit hier schon wieder aufgeheizt Ach, Quatsch Nur vielleicht die ganze Planung übern Haufen geworfen, weswegen ich jetzt definitiv länger brauchen werde als geplant Aber das ist vollkommen okay, weil es sieht deutlich besser aus Oh, Gott sei Dank Und dann schließe ich wieder Hier noch einen eklikenden Splitter an Achso, die Förderbänder und die Raffinerien, die jetzt schon verbunden sind, die müssen gar nicht nach oben Ah, okay Genau, also Äh, also die, die außen jetzt schon verbunden sind Die Barren werden alle direkt unten verarbeitet Und alle anderen, die jetzt gerade von den, ähm, äußeren Raffinerien noch nicht angeschlossen sind Die müssen alle komplett nach oben für die Barren und die, äh, ach, für die Drähte und die Kabel Und dann, äh, ach, wir sehen uns auch hier Okay, jetzt geht's mal mit der Kabel Okay, jetzt geht's mal mit der Kabel Okay, jetzt geht's mal mit der Kabel So, natürlich können wir das Splitter. Oh, ha. Was ich aber cool finde, das habe ich gerade eben festgestellt, wenn die Drohne ihre Ware nicht abnehmen kann oder abgeben kann, dann startet die einfach nicht mehr. Was an sich ziemlich cool ist, dann wird nämlich das System nicht überlastet. Ja. 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 Das war Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4 und dann bin ich fertig. Sauber. Also zumindest mit den Säulen. Achso. Also mit den Säulen. ich glaube diese fabrik werde ich auch gerade vom design technischen morgen offscreen noch ein bisschen weiter bauen weil ich merke doch sehr wenn ich versuche herauszufinden wie ich irgendwas schön bauen kann dass ich hier relativ wenig rede ja aber ich glaube das ist ganz natürlich ja wenn man sich konzentriert ist das meistens so ja seit irgendwie natur der dinge okay das sieht halt schon sehr sehr fancy aus jetzt wo das fertig ist leute warum redet ihr einfach aus dem nichts habe ich vor der schritt entschuldige war klar dass pin hat sich beschwert natürlich so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei mir irgendwann das anfängt, dass ich keine Lust mehr da drauf hab. Weil man halt irgendwann auch mal mit diesem Gebäude dann fertig werden will. Ja, genau. Das trifft es ganz gut. Super. Boah. Vielleicht kannst du irgendwas... Wie Haltegriffe? Also, dass das aussieht, als ob die... ...mechanisch verankert sind. Im Boden? Ja, und auch mit der Plattform. Puh. Geht das mit den... Ja, das ist wirklich eine gute Frage, ne? Ich mein, die kleinen Säulen, die haben ja immer noch so ein Stützdings. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine, da wo kein Wasser ist, die Stützsäulen zu bauen, ist ja nicht das Problem. Aber da wo Wasser ist, wird es halt schon wieder eklig. Da kannst du halt nicht anständig bauen. Ja gut, ich müsste mir halt eigentlich nur Strom dahin organisieren. Dann könnte man da auch anständig bauen. Müsste von oben jetzt nicht eigentlich irgendwie Strom durchgeleitet werden? Äh, möglich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja langsam hier echt, als ob ich schön bauen will. Das Ding ist, das Schönbauen, das dauert halt auch immer sehr, sehr lange, weil man halt immer wieder was wegmacht und neu baut und neu ausprobiert. Und das war für überhaupt keine Probleme oder sowas dergleichen. Mhm. Oh, da hinten kann ich die Stützsohle gar nicht machen, da sind meine Wasserextraktoren drunter. Äh. Egal, dann wird es unten nur ein Dreibein. Ich wollte gerade sagen, dann ist das halt so. Gott. So langsam werde ich echt ein bisschen müde. Ich wollte heute eigentlich länger machen, aber nach meiner momentanen Verfassung, weiß ich nicht, wie lange das noch wird. Kann ich aber vollkommen nachvollziehen. Weil bei mir ist es auch nicht viel besser. Naja, Sonntag kann ich auch ausschlafen. Heißt, morgen bin ich dann ausgeschlafener, weil ich logischerweise vorher nicht arbeiten muss. Ach ja, ich habe an sich was Gutes gefunden, aber leider auch wiederum nicht. Okay. Ähm. Wie heißt der Tag noch? Nächste Woche Donnerstag ist ein Feiertag. Mhm. Was an sich ja eigentlich gut ist, ne? Mhm. Ja, das Schlechte ist, mein Patenkind hat er Geburtstag. Mhm. Und das heißt keine Open, äh, Open-Zock-Session für mich. Ja, ich habe ein Fußball, oder wir haben ein Fußballspiel. Oh. Ja. Heißt, same here. Ah, kacke. Und Freitag kriege ich, äh, kein frei. Äh, weil einer der Chefs soll anwesend sein. Oh. Ja, ich habe, ich habe schon frei. Oder einer der Teamleiter. Und ich dachte mir so, warum ich alle anderen dürfen, oh. Also bin ich mit drei anderen Kollegen auf der Arbeit. Cool. Ja. 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 Dass man echt diese ganzen Sticker nicht an Wände anbringen kann. Frech, oder? Ja. So. Ja. Oh ja. Das sieht ja mal komplett anders aus. Es sieht viel besser aus, oder? Also im Vergleich zu einem grauen Block ist das glaube ich nicht gerade schwer. Ja? Ja. Nein. Definitiv nicht. Aber ich glaube ich werde Feierabend machen. Ich habe gesagt, ich werde Feierabend machen, weil ich bin ultra müde. Und ich kann mich gerade nicht mehr wirklich gut konzentrieren. Okay, das kann ich verstehen. Aber morgen wird auf jeden Fall quasi der riesige Aufräumen streamen. Weil wenn wir diese Fabrik hier fertig gestellt haben, muss ich nur noch oben alles abreißen. Und dann läuft quasi das ganze Kupfer hier unten drüber. Aber hier fehlen halt auch noch 80 Konstruktoren. Okay. Kacke. Ja. Das ist halt ein bisschen viel, ne? Ja. Da weiß ich nicht. Das haben auch einige gemacht. Du weißt ja, was für Rezepte das sind. Ja. Und die haben sich dann einfach Baupläne angelegt. Damit sie die Rezepte nicht an Dorn setzen müssen, sondern einfach nur die, wie heißen sie gleich noch? Die Konstruktoren setzen? Ja, irgendwie vier. Und die Maschinen. Ja, die haben das dann als Vierergruppe zum Beispiel gemacht. Oder Sechsergruppe. Je nachdem, ne? Mhm. Und da brauchtest du nur noch Strom und die Förderbinder verbinden. Mh. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, fehlt noch eine Raffinerie, hoppala Diese Fabrik wird einfach viel zu viel Strom verbrauchen Ach, das ist nicht schlimm Das ist gut, das wollte ich hören So 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 Du musst O-O sagen, warum das denn? Ach, ich hab grad von etwas Strom gekappt, was ich nicht hätte kappen sollen. Oh. Solang es nicht bzzz macht, ist alles super. Ne, war nur meine Schwebe-Geschichte. Okay. 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 Okay, den Bereich hier oben müssen wir noch neu dekorieren, aber mit der Oszillatorenfabrik bin ich jetzt fertig. Nice. Und ich finde die... Okay, das sieht ein bisschen kacke aus, aber ich finde auch die Übersichtsplattform, da muss ich jetzt einmal reingehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie vernünftig in Einsatz gekommen ist. Oh ja. Man hat die gesamte Fabrik im Überblick. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du nicht sehen kannst, wie hoch der Stromverbrauch ist von der Fabrik, die du hier angeschlossen hast. Oder das Stromnetz, was du angeschlossen hast. Ja. Obwohl. Jetzt muss es ja auch sein, ne? Ja, super. Das hat geklappt. 798 Verbrauch. Boah, das geht in Ordnung, finde ich. Oh, nee. Hm? Noch nichts. Oh, was machst du denn? Ach, weißt du, manche Menschen sind einfach zu blöd, Raffinerien richtig rum zu platzieren und dann müssen sie sie halt nochmal abbauen und neu bauen und... Oh, nee. Nur drei Stück. Ah, okay, das geht ja zum Glück noch. Ja, ja, aber trotzdem. Ja. Ich hätte mich schon gewundert, äh, warum die... Förder... Die Förderbandsplitter und alles auf einmal nicht mehr richtig waren. Boah. Ärgerlitsch. So, ich wollte eigentlich schon Feierabend machen, ne? Mhm. Das hat ja super geklappt. Okay. Okay. So... So... Okay. So, genug sucht die Faktor jetzt. Faktor jetzt. Wir... Wird im Namen des Gottimperators geupgradet. Okay. Dann, ähm... Schlachte diese elenden Tyraniden ab und pass vor Chaos-Marines auf. Die sehen zwar aus wie du, sind aber nicht nett. Ich glaube, deine Implikation, dass du zu viel gespielt hast, trifft auf zwei Hände. Ich merke, dass mein Hirn Muß wird. Mhm. Bei der anderen hört man es auch schon. Mhm. Ja, also ich werde auch in den Feierabend gehen, aber eine Fabrik abgeschlossen. Das heißt, morgen können wir... Was brauche ich denn für... Funksteuereinheiten. Nochmal Gummi und Platinen und... ...Aluminiumgehäuse. Okay, das sollte easy sein. Okay, ja, das... ...werde ich dann morgen bauen. Und da habe ich auch schon die passende Fabrik dazu. Das passt. Super. Das passt. Oh Gott, du Ärmster. Ace muss noch bis 4 Uhr morgens arbeiten. Oh no. Oh no. Mein Beileid. Auch mein... Es sei denn, du machst deinen Job gerne, dann natürlich nicht, aber... Ja. Aber, ähm... Du hast wahrscheinlich... ...bist auch nicht heute morgen um 6 Uhr aufgestanden, nehme ich an. Ich hoffe es zumindest, sonst wäre es sehr fragwürdig. Oh Gott. Mach der gerne, er ist um 14 Uhr aufgestanden. Okay, das hört sich noch sehr human an alles. Dann kann man dir ja nur viel Spaß bei der Arbeit wünschen. Lass dich nicht ärgern. Äh, der Mittelfinger ist in jeder Konversation, die dir nicht gefällt, die richtige Antwort. Und je nachdem, wie du mit deinem Vorgesetzten umgehst, ähm, da vielleicht auch. Oh, da muss man gucken. So, wie lange wirst du noch machen? Ich verbinde noch eben die Förderbänder. Ah, okay. Also, quasi noch zwei... ...vier Maschinen. Hm. Weil... Ja. Ich glaube, ich würde jetzt in den Knipp hauen. Ich bin allein am Arbeitsplatz, da kann mich keiner ärgern. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte heute einen Anruf, weil jemand das CD-ROM-Laufwerk nicht aufbekommen hat. Und ich habe dem erklärt, dass es vorne auf dem CD-ROM-Laufwerk einen Knopf drückt. Äh, gibt, wo man draufdrücken kann und dann kommt die CD-ROM raus. Das war die Lösung des Problemes. Oh, wow. Hm, da ist irgendwas innerlich gestorben. Oh ja, glaube ich. Und das ist so wie bei How I Met Your Mother dieses Klör-Geräusch. Ja. Bei mir hätte man nur ein ganz lautes Tuck gehört, wo mein Kopf auf dem Tisch aufgeschlagen wäre. Ja, kann ich verstehen. Aber der lustigste Fehler bis jetzt war immer noch, äh, die Mitarbeiter haben mit ihrer Maus den Bildschirm ausgeschaltet. Und da stand selbst ich und habe gesucht, wo der Fehler ist. Ähm, HP hat die Einschalter der Monitore rechts unter die Monitore gesetzt. Aber nicht, dass du da noch irgendwie eine Kante oder sowas hast, sondern es ist Kante vom Bildschirm, Schalter. Mhm. Und dann hatten sie die Monitore halt so auf dem Tisch stehen, dass du ganz normal arbeiten kannst. Und sind dann mit der Maus gegengekommen und der Monitor ist einfach ausgegangen. Oh, wow. Genau. Und du sitzt da und du hast keine Ahnung, warum der Monitor ausgeht. Haha. Ähm, da fühlst du dich dann auch bescheuert, wenn es dann einfach wirklich nur ist. Ja, und dann, äh, machen wir Feierabend, schieb die Maus weg, boop, Monitor aus. Ah. So, ich werde jetzt Feierabend machen. Morgen wird es bei mir weitergehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und, äh, bis morgen. Ja, gute Nacht, Claudia. Und ich hau jetzt auch rein. Ähm, ich mach's wie Ace. Ich setz mich jetzt vors Bett, dreh Däubchen, guck nicht aus dem Fenster und versuche zu schlafen und werde dafür leider nicht bezahlt. Haha. Aber dann euch allen eine gute Nacht, schlaf gut, morgen geht's dann weiter mit den Funksteuereinheiten, Turbomotoren und vielleicht eine Treibstoffproduktion für Atomkraft. Und einer viel zu überdimensionalen Kupferfabrik, alles klar. Bis denne, bis morgen und bye bye. Genau. Bis denne, Antenne, auf Wiederschauen, hau uns rein, bis Brian. Macht's gut, gute Nacht, auf Wiedersehen. Bis. Bye. Hihiiiiihihi. Vielen Dank.